Ich freue mich, euch heute Abend im Namen der Gruppe GECO Gesellschaftskritische OTC Halle-Saale hier begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung I'm a Materialist Girl zur materialistischen Analyse des Geschlechterverhältnisses. Wir haben uns heute zwei Autoren eingeladen, nämlich Ilse Bintseil und Koschka Linkerhand. Und ich stelle vielleicht kurz den Ablauf vor, ich würde einige einleitende Worte dazu sagen, warum wir diese Veranstaltung machen, denn in der Regel hat das auf so einem kleinen Flyer nicht ausreichend Platz. Und genau, wir würden folgendermaßen verfahren, ich würde einige einleitende Worte sagen, danach haben die beiden Autoren zwei kurze Einleitungstexte vorbereitet, um ihre Position nochmal gesammelt und sozusagen argumentativ strukturiert vorzutragen. Wir würden danach mit drei Diskussionsfragen von unserer Gruppe fortfahren und das in Interviewform hier vor nochmal diskutieren. Und wir würden danach das Ganze für euch öffnen für Bemerkungen, Fragen, Kritik. Nicht zuletzt aufgrund des Aufstiegs neurechter Bewegung und der kaum verholenen, aber für diese Gruppen essentiellen Männerbündelei, antwortet die Linke mit einer Rückbesinnung auf den Feminismus. Die Resonanz, die die heutige Veranstaltung hervorruft, zeigt das, denke ich, eindrücklich. Zudem scheint es glücklicherweise wieder ein Bedürfnis zu geben, Feminismus und Gesellschaftskritik aufeinander zu beziehen. Und der Queerfeminismus, der lange Zeit hoch im Kurs war, scheint dieses Theoriebedürfnis nur sehr mangelhaft befriedigt zu haben. Entsprechend laut geworden ist seit einiger Zeit auch die Abgrenzung gegenüber dem, was man lange unter postmodernen Ansätzen verstand. Die gute Nachricht ist also, die Linke scheint sich wieder mit materialistischer Kritik zu beschäftigen. Zumindest liest man wieder Veranstaltungstitel, die auf den Begriff des materialistischen Feminismus rekurrieren. Doch wie es so oft ist mit guten Nachrichten, kaum hat man sie überbracht, ertappt man sich selbst bei der Lüge. Uns, der Gruppe GECO, fiel nämlich auf, dass nicht nur bei Kneipengesprächen und im linken Szenetreff, sondern auch im öffentlich zugänglichen Texten und Veranstaltungen zunehmend unklar ist, was eine materialistische Analyse eigentlich bedeutet. Der Aufstieg der Verwendung dieses Begriffs feministischer Materialismus ist insofern schon erscheinbar eine gute Nachricht. Um ein Extrembeispiel zu nennen. Zum Teil wird selbst noch Judith Butlers Dekonstruktivismus irgendwie mit dem Materialismus zu verbinden versucht. So kündigte etwa die Rosa-Luxemburg-Initiative, also die Bremer-Rosa-Luxemburg-Stiftung, unter dem Titel »Kritik des Patriarchats – Was ist materialistischer Feminismus?« eine Veranstaltung an, in der es hauptsächlich um die Theorien Judith Butlers geht. Diese, so der Ankündigungstext, habe den Materialisten eine Reformulierung des Ansatzes materialistischer Feminismus aufgezwungen. Selbst Butler, so die Botschaft, ist, wenn man sie richtig interpretiert, noch materialistisch zu deuten. Sicher, das ist ein extremer Ausnahmefall. Doch zeigt er eindrücklich die Art und Weise, in der heute mit Begriffen hantiert wird. Der Begriff ist kein Begriff mehr, sondern ein Label. Weil Labels aber ein Produkt, welches man verkaufen möchte, in der Regel bewerben sollen, verpasst sich auch eine Konferenz an der Humboldt-Universität den Titel »Materialistischer Feminismus«. Doch auch dort ist die materialistische Perspektive lediglich kostbar zum Verständnis des Patriarchats. In diesem Perspektivbegriff steckt schon, dass es nur eine unter vielen ist, die irgendwie nützlich ist, aber es ist eben nicht mehr Materialismus als Haltung der Kritik. Wer Materialismus also noch im Sinne der Gesellschaftskritik von Marx, Engels in der kritischen Theorie verstand, dürfte darüber einigermaßen verwundert sein. Materialistischer Feminismus hat sich derzeit vor allem als Abgrenzungsbegriff etabliert, wenn wir jetzt auf seine reale Verwendung schauen. Gemeinsam ist in unter diesem Label versammelten Ansätzen lediglich, dass man den Queerfeminismus ebenso ablehnt wie den Antifeminismus. Darüber hinaus aber, das heißt in der Analyse und Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, scheint die Arbeit am Begriff stecken geblieben zu sein. Eigenständige gesellschaftskritische Überlegungen sind nur noch sehr spärlich zu finden und insofern sind wir froh, zwei davon gefunden zu haben. Umso mehr freuen wir uns heute Abend auf dem Podium, zwei Menschen begrüßen zu dürfen, bei denen sich das eben noch anders verhält. Soll heißen, die den Anspruch auf Gesellschaftskritik noch formulieren, dabei unseres Erachtens materialistische Positionen einnehmen und sich in ihrem Verständnis von Feminismus und Gesellschaftskritik dennoch beide unterscheiden. Mit Koschka Linkerhand und Ilse Bintseil hoffen wir deshalb heute Abend über Gesellschaftskritik, Feminismus und Materialismus reden, nachdenken und auch streiten zu können. Koschka Linkerhand, hier zu meiner Rechten, ist derzeit viel auf Vortragsreise und ist Herausgeberin des Buches Feministisch streiten. Auch zum Buch Beißreflexe, das wir hier letztes Jahr vorgestellt haben, hat sie einen Beitrag beigesteuert. Ilse Bintseil ist Redakteurin der Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation und hat Anfang der 90er Jahre im Saira Verlag das Buch Elend der Weiblichkeit, Zukunft der Frauen veröffentlicht. Das ist mittlerweile auch online zugänglich. Ihr könnt einfach suchen bei Google nach Gender Open Projekt und dann die Autorin Ilse Bintseil suchen, da findet ihr das Buch. In diesem Sinne würde ich jetzt Koschka Linkerhand das Wort geben für ihr ein kurzes Einleitungsraferat und vielleicht noch kurz der Hinweis, wir haben jetzt leider hier keinen Tisch mehr gefunden, deshalb könnt ihr nach der Veranstaltung hier vorne direkt bei uns noch die Bücher von Koschka und Ilse erwerben. Koschka, bitteschön. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ilse und ich haben uns vor der Veranstaltung darauf geeinigt, dass wir beide quasi mit so einer persönlichen und theoretischen Selbstvorstellung in den Abend gehen wollen, um quasi erstmal so ein bisschen Futter zu liefern, anhand dessen dann diskutiert werden kann. Darum gibt es jetzt eine Seite Selbstvorstellung von mir. Ich habe beschlossen, das theoretisch aufzuziehen, weil das eben auch theoretisch meine bevorzugte Herangehensweise ist und so Sachen wenigstens so ein bisschen anzureißen, die theoretisch für mich eine große Rolle gespielt haben. Ich beschäftige mich seit ungefähr zehn, zwölf Jahren mit feministischer Theorie, also das besteht hauptsächlich darin, kluge Bücher zu lesen, Artikel zu schreiben und eben Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zu machen. Und mein theoretischer Ausgangspunkt damals vor diesen vielen Jahren war, eine feministische Gesellschaftskritik zu formulieren, und zwar in einer eher anti-deutsch geprägten linken Szene. Und meine ersten wichtigen materialistischen Lektüren waren die Dialektik der Aufklärung und Roswitha Scholz, sodass es eigentlich recht schnell klar für mich war, dass es um die Gesellschaft als Ganze gehen müsste, von der sich niemand ausnehmen kann, dass das Geschlechterverhältnis im Rahmen einer umfassenden kapitalistischen Totalität stattfindet. und auch eben im Rahmen dieser Totalität kritisiert werden muss. Also sehr naheliegend war dann auch, dass es, wie Kai schon angedeutet hat, dass es dann zu einer Auseinandersetzung und Reibung mit einem queeren oder intersektionalen Feminismus kommen würde, der eben diesen Blick aufs Ganze nicht mehr wagt. Also ich bin quasi damit losgezogen, mich kritisch damit zu beschäftigen, warum aktuelle feministische Untersuchungen halt sehr oft im Kleinen und Randständigen stecken bleiben und Aussagen über Frausein und Weiblichkeit halt so ein Unbehagen erzeugen und eben auch sehr schnell als Pauschalisierungen verurteilt werden. Also es interessiert mich, warum das Geschlechterverhältnis hier von den Rändern aus begriffen werden soll. Also warum die heteronormative Ordnung an der Existenz von homo- und bisexuellen, trans-Leuten oder nicht-binären Leuten deutlich gemacht wird. Also oder anderen Personenständen und Berufsbezeichnungen, die halt zwischen den Geschlechtern schillern. Und damit verbunden halt dieser starke Fokus auf Identitätspolitik, der ja für die Linke heute total bezeichnend ist und auch den Queerfeminismus als feministische Strömung sehr stark prägt. Also mein Interesse war also herauszufinden, woher die Betonung von der Geschlechter- und Identitätenvielfalt rührt und warum sie auch so attraktiv ist. Also bis vor einigen Jahren hatten ja Queerfeministinnen ungefähr die feministische Deutungshoheit und alle anderen feministischen Positionen waren eben sehr marginalisiert. Was eben den Nachteil hatte, dass Patriarchat und Kapitalismus als Ursachen der Geschlechtermisere also meistens zwar noch benannt oder dunkel vermutet werden, aber eben nicht mehr analysiert oder halt in den Blick genommen und auseinandergenommen werden, theoretisch. Und ich denke, das ist ein großer Verlust, weil sich mit materialistischer Gesellschaftskritik ja sehr gut beschreiben lässt, dass die bürgerlich-patriarchale Gesellschaft die Subjektivität als allgemeine Form setzt, als gesellschaftliche Verfassung der Individuen und dabei eben halt vom gleichen freien und scheinbar geschlechtsneutralen Subjekt ausgeht und halt völlig offensichtlich ist, dass eben die damit verbundenen Glücksversprechen eben nur sehr bedingt für alle gelten, die keine Männer sind. Also ich meine, dass Identitätspolitik sehr nötig ist, um in der bestehenden Gesellschaft für die eigenen Rechte zu kämpfen, also manchmal einfach das Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein möglichst diskriminierungsfreies Leben. Also, und ich schaue mir dazu halt die Identitätspolitik von Frauen, von Lesben und Schwulen an, aber eben auch von rassistisch Verfolgten, Jüdinnen, Behinderten oder auch Müttern oder Arbeitnehmerinnen. Und ich glaube, eine gute Identitätspolitik zeichnet aus, dass sie vom gesellschaftlichen Standort als Frau, Lesbe oder Behinderte ausgeht und auf dieser Basis politisch handelt und Verbündete sucht. Und ich denke, das sollte in weiten Teilen nüchtern und negativ vor sich gehen, also eben nicht in erster Linie festlegen, wie Frauen, Lesben, Behinderte zu sein haben oder wie toll sie sind. Aber neben diesem starken negativen Moment, als ich es so vor allem aus der Wertabspaltungstheorie von Roswitha Scholz nehme, denke ich, muss es in die Theorie auch Eingang finden, dass es eben auch positive Momente geben muss, also positiv setzende Momente, weil es ja eben total schwerfällt, feministische Theorie und Politik zu betreiben, wenn man eben keinen Bock auf Frauen hat oder keinen Begehren, sich mit anderen Frauen, so wie sie eben geworden sind, diese Gesellschaft, auseinanderzusetzen. Also meine große Frage ist, wie lässt sich feministische Identitätspolitik mit Gesellschaftstheorie vermitteln? Also wie lässt sie sich auf materialistische Füße stellen? Und daraus ergeben sich dann eben viele weitere Fragen, zum Beispiel die, dass Identitätspolitik ja sehr stark realpolitisch orientiert ist, die eben auch oft hoch hinaus will, aber durch das Argumentieren mit Identitäten eben das Bestehende festzurrt. Also mich interessiert auch, wie Realpolitik und utopisches Denken ins Verhältnis zu setzen sind. Und diese Fragestellung ist nochmal dringlicher geworden in den letzten zwei oder drei Jahren, also vor allem eben durch den Rechtsruck in der Gesellschaft, der so eigentlich die demokratische Nachkriegsordnung in Frage stellt und auch die Fortschritte und Liberalisierungen der 68er und der zweiten Frauenbewegung rückgängig machen will. Und was ja besonders dramatisch in Ostdeutschland zu beobachten ist, dass es eigentlich so ein fortschreitendes Auseinanderbrechen der Zivilgesellschaft gibt. Und als wesentlichen Faktor auf globaler Ebene sehe ich auch noch, dass das Patriarchat eben nicht nur in der Rechten stärker wird, sondern auch durch den Siegeszug des politischen Islam, der offensiv frauenfeindlich ist. Und trotzdem scheitern eben viele Linke und viele Feministinnen darin, ihn angemessen zu kritisieren. Also mir stellt sich da eben die Frage nach feministischer Handlungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit. Also wie praxisorientiert muss feministische Theorie sein und wie viel Ausbleiben im Abstrakten und Ambivalenten und Unpraktischen muss sie aber auch aushalten. Also mein Debattenbeitrag soll eine materialistisch-feministische Theorie sein, die vor allem Subjekttheorie ist. Also ich gehe halt davon aus, dass das Individuum, dem ja immer schon ein Geschlecht zugeteilt wurde, in einem bestimmten Verhältnis zur kapitalistisch-patriarchalen Totalität steht. Also Kapitalismus und Patriarchat in ihrer historischen Verwobenheit miteinander prägen uns Strukturen auf, also eine weibliche oder eine männliche Subjektivität, wobei eben die weibliche die Benachteiligte ist. Also das weibliche Subjekt ist eben zum einen das männlich-geschlechtsneutrale Subjekt und bekommt zum anderen aufgebürdet, was genau dieses männlich-geschlechtsneutrale Subjekt von sich abtrennen muss. Also Leiblichkeit, Gebären, Naturverhaftung, Emotionalität und auch den Tod. Sodass man die weibliche Subjektivität als eine widersprüchliche Subjektivität fassen muss. Also eigentlich auch als eine Nicht-Subjektivität. Ich denke, die gesellschaftliche Objektivität, die eben das kapitalistische Patriarchat ist, kann nur von dieser Subjektivität aus begriffen werden. Also diese seltsame, widersprüchliche weibliche Subjektivität, denke ich, ist der Ausgangspunkt einer feministischen Gesellschaftskritik. Ich merke gerade, ich habe sehr oft das Wort Subjektivität gesagt. Ich hoffe, das war trotzdem verständlich. Genau, die soll halt der Ausgangspunkt sein, woraus sich dann wiederum die Frage ergibt, wie kann die gesellschaftliche Objektivität feministisch reflektiert werden und wie verhält man sich halt ganz konkret zu Frauenrechten und Frauenpolitik. Also wie sieht identitätspolitisches Handeln angesichts dieser Erkenntnisse aus? Und darum spreche ich vom Subjekt Frau als Zentrum und Schnittpunkt eines materialistischen Feminismus, an dem alle diese Fragen verhandelt werden müssen. So, das war mein kurzer Input. Jetzt fällt mir noch gerade auf, dass so bestimmte materialistische Stichworte wie eben ein sehr starker Bezug auf die sozioökonomischen Bedingungen der Subjektivität nicht drin vorkommen. Also diese starke Verhaftung auch in der marxistischen Gesellschaftsanalyse. Aber dann kommen wir vielleicht in der Diskussion dazu. Und ich übergebe es meinen Isse. Da wird von euch heute viel verlangt, weil wir sind nicht nur sehr verschieden, sondern wir sind auch ungeheuer verschieden alt. Und ich bringe jetzt ein paar Jahrzehnte noch mit da hinein, die vielleicht in die systematische Analyse auch so ein bisschen eine historische Dimension bringen. Was aber den Eindruck der Verschiedenheit ganz sicherlich verstärken wird. Ob wir das alles vermitteln können, ich könnte es alleine und Sie beide hier vollständig vermitteln, könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ob sich das so im Zuhören vermitteln lässt, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht gibt es ein paar Punkte, an denen man sagt, ach, da kann ich für mich weiterdenken. Das wäre ja schon einfach ganz toll. Jetzt lese ich das mal vor. Es ist auch ein ganz klein bisschen am Anfang autobiografisch, sodass man mich vielleicht ein wenig besser einordnen kann. Wir haben gerade festgestellt, dass der sozusagen mein Schlüsseltext über Feminismus in einem Jahr gehalten worden ist als Vortrag. Da war Koschka noch nicht geboren. Und es ging mir beim Zuhören so auf, das war vielleicht der Anfang dessen, was Koschka die zweite Frauenbewegung nennt. Das war die Aufbruchszeit, in der das kam und war echt vortragsmäßig ein traumatisches Erlebnis. Ich bin schon immer eine Grenzgängerin. Als Grenzgängerin habe ich mitbegriffen, ich habe mehr mit der Form als mit dem Inhalt zu tun. Meine Praxis ist ganz und gar theoretisch. Ich frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Begriffen. Nicht nur, was repräsentieren Sie und was leisten Sie, sondern auch, sind Sie echt? Gibt es das, was Sie behaupten, in der Form, die Sie behaupten? Wenn ich Materialismus für mich in Anspruch nehme, dann in meiner ganz eigenen Weise, dass ich mir sage, Begriffe haben ihre eigene Materie. Sie sind weder willkürlich gesetzt noch autonom und Sie drücken auch nicht einfach aus, was ich will, dass Sie ausdrücken sollen. Womöglich leider etwas ganz anderes. Sie haben einen historischen und systematischen Bezug. Sie ersetzen Begriffe oder treten Ihre Nachfolge an. Sie finden sich neben anderen Begriffen, deren Nachbarschaft geklärt werden muss, soll man wissen, was die eigenen Begriffe bedeuten. Sie stehen in einer Vielfalt von vertikalen und horizontalen Bezügen, die Sie determinieren und zu denen Sie sich verhalten müssen. Praxis, die genuin mit dem Tun, nicht mit der Reflexion verknüpft ist, ist für mich etwas anderes und sie ist für mich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Weniger Ausgangspunkt als Desiderat. Kein Wunder, komme ich doch von der Theorie her. Voller Bewunderung blicke ich auf Untersuchungen über Schnittstellen der gesellschaftlichen Entwicklung, die in ihrer historisch-kritischen Akribie das Hegel'sche Werden der Begriffe abbilden und die Theorie buchstäblich ersetzen. Da ich aber keine Historikerin, sondern eher logisch-akribisch auf die abstrakte Bedingung der Möglichkeit fixiert bin, empfinde ich es als meine Aufgabe, die Theorie durch eine konsequente Selbstkritik so weit einzugrenzen, dass die Praxis als ein eigenes Gebiet deutlich wird. Mein Zugang zur Praxis ist denn auch nicht dogmatisch. Er vollzieht sich über die Erfahrung, ihr nähere ich mich nicht theoretisch, sondern erzählend, so wie Maggie Nelson in Die Argonauten von ihrer Mutter erzählt, die sagt, ich will den Wetterbericht mit einer männlichen Stimme hören, dann kann ich ihm eher glauben. Die Erfahrung ist für mich ein eigenes Feld und sie stellt eigene Aufgaben. Die Praxis aus der Theorie ableiten ist das, was ich am wenigsten will. Umgekehrt, die Theorie zu einer Quasi-Praxis machen zu lassen, dagegen wehre ich mich. Feminismus, ein eminenter Subjektbegriff, hat den Marxismus abgelöst. Das gehört zu seiner Identität, seinem Gewordensein dazu. Der Bezug zu Marxismus, auch einem so großen Wort wie Materialismus, ist nicht einfach eine ausstehende Frage, sondern er ist durch die historische Abfolge in gewisser Weise geklärt. Mit dem Feminismus, ebenso wie mit anderen Bewegungen, die den Marxismus vermeintlich konkretisiert und korrigiert, tatsächlich aber ersetzt haben, ist das Nein als erkenntnistheoretisches und in Anführungszeichen weltanschauliches Prinzip durch ein Ja abgelöst worden. Vermittlung ist durch Unmittelbarkeit, Begreifen durch Empfinden, die Beharrlichkeit der Negation durch stürmische Erfahrung. Denken ist positiv geworden. Daran hat es seit dieser Wende zu knabbern. Und daran liegt es, dass es mitsamt seinen Fortschritten fortlaufend Leerstellen produziert. Offene Fragen, die es in Frage stellen. Da Feminismus im Bereich des Überbaus heute in nicht geringem Maß für Gesellschaftskritik steht, verdient er in besonderer Weise kritisiert zu werden. Gesellschaftskritik ist nicht zuletzt Feminismuskritik. So konfiguriert sich nicht nur das Bild der heutigen Gesellschaft. Auch das Nein als systematische Denkfigur wird in den Feminismus re-implantiert. Nein in der Theorie heißt ja immer Nein zu sich selbst. Die fulminante Entdeckung mächtiger Themen Klitorisverstümmelung, Missbrauch, Vergewaltigung, Ehrenmord bedeutet auch ein Zurückdrängen der Reflexion als Nein zu sich selbst gegenüber dem Nein zu anderen. Die Reflexion muss den widersprüchlichen Kontext eindeutiger, ja übereindeutiger Sachverhalte durch systematisches Nachdenken wiederherstellen. Sie muss die MeToo-Wirklichkeit an die von Adorno und Horkheimer postulierte kulturindustrielle Wirklichkeit wieder anbinden, schon damit nicht der Verdacht entsteht, das Erste basiere geradezu auf dem Verdrängen des Letzteren. Sie muss den nicht hintergehbaren Konnex der Menschenrechte mit einer globalisierten Ordnung thematisieren, die statt auf Beschneidung auf Enteignung setzt. Sie muss diese Widersprüche nicht lösen, sie muss sie als Gegenstand ihres ureigenen Interesses und ihres Anspruchs auf eine umfassende gesellschaftliche Reflexion rehabilitieren. Tut sie das nicht, macht sich das Nein auf seine Weise bemerkbar. Als ein latentes Verbot, eine beständige Drohung, sich zu vergreifen, etwas Falsches zu sagen, die für das Denken tödlich und für mich als 68erin so ziemlich das Verächtlichste ist, was es gibt. Wir haben jetzt sozusagen die Positionsbestimmung der beiden Autoren, die wir auch so vermutet hatten, weil man sie sozusagen an zwei Texten relativ gut ablesen kann, nämlich das ist einmal dein Text, den du gerade erwähnt hast, aus, ich vermute, der aus Elender Weiblichkeit zur gesellschaftlichen Produktion des Geschlechterverhältnisses und Koschka Linkerhans Text im Feministisch Streiten, das ist glaube ich der ganz am Anfang. Genau, das sind auch die, die uns dazu geführt haben, euch beide hier auf das Podium einzuladen. Trotzdessen, dass du jetzt so eine Negativität im Denken sozusagen beanspruchst, an dich die Frage und danach auch an Koschka, wie kann denn jetzt eine materialistische Analyse des Geschlechterverhältnisses noch aussehen oder wie lässt sich das mit einer Position, diese Frage überhaupt mit einer Position vermitteln? Deshalb vorhin die Anspielung auf das Alter, was ich hier verkörpere. Ein Stück Historie muss in die Überlegung zurückkommen. Der Feminismus ist ja heute, das war ganz anders als zu der Zeit, als diese Vorträge waren. Das waren quasi die allerersten Momente. Jetzt ist der, ich weiß nicht, das sind 40 Jahre. Jetzt, man muss sich, man muss mit einer Kritik anfangen. Negation ist ja nichts Böses und sie macht ja auch lustig, also sie ist ja eine vergnügte Angelegenheit. Man muss ja nicht sagen, ich muss das jetzt verteidigen. Ich weiß ja gar nicht, was, ich muss auch nicht sagen, es muss was rauskommen oder es muss was kaputt gehen. Sondern ich plädiere bloß dafür, dass ich mal sage, hier ist doch ein Sprung zwischen Materialismus und Feminismus. Und es steht nirgendwo geschrieben, wie das Verhältnis dieser beiden Begriffe ist. Ich habe mich jetzt hier in dem kleinen Text ein bisschen festgelegt und habe gesagt, das ist ein unfriedliches Verhältnis. Der eine Begriff ist nach dem anderen gekommen, also hat er ihn wahrscheinlich negiert. Feminismus hat wahrscheinlich Materialismus negiert. Jetzt muss ich mir überlegen, also für mich sind die Begriffe nicht heil. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache eine materialistische Geschlechteranalyse. Dann kann ich natürlich machen, dann kümmere ich mich um die sozioökonomischen Probleme und dann würde nie einer sagen, du, das ist nicht materialistisch. Aber ich glaube, der Anspruch hier ist eher ein bisschen umfassender und wenn du jetzt Materialismus kombinierst mit nicht bloß sozioökonomisch in einem engeren Sinne, dann denke ich, das ist eine, jetzt an die Begriffsanalytik ist es eine ungeheuerliche Aufgabe, da kann man also wirklich Tage und Nächte drüber brüten, welche Koordinaten hat der Begriff Materialismus und welche Koordinaten hat der Begriff Feminismus. Und dann jetzt, jetzt stell die Bezüge her. Und da sage ich mir, mir kommt die historische, die Historie kommt mir da ein wenig zur Hilfe, ich sage, erst einmal ist der Feminismus eine Wegbewegung vom Materialismus. Jetzt kann man natürlich heute sagen, der Verstand der letzten 40 Jahre ist zu einem nicht geringen Teil in den Feminismus gewandert. Das war ja früher ganz anders, nicht wahr? Das ist ja je nachdem, welches Thema mächtig ist. Ich kann ja jetzt gucken, was da ist, aber ich kann nicht einfach einen Begriff beerben, den ich in Wirklichkeit ersetzt habe. Das bringt mich von der Logik her um den Verstand, wie soll ich das machen? Ist das dann noch wirklich? Du hast am Anfang ein wenig bei der Einführung nicht tauchen Verdachtsmomente auf. Ist das noch, was repräsentiert der Begriff? Jeder nimmt ihn für sich in Anspruch. Man könnte ja auch sagen, ich nehme ihn nicht für mich in Anspruch. Muss ich ja auch nicht. Aber wenn ich mich darauf berufe, dann muss ich mal die Komplikationen in den Blick kriegen. Sonst würde ich jetzt sagen, als von der kritischen Theorie her kommen oder von 68 her kommen, würde ich sagen, ihr benutzt den Begriff, da steht euch gar nicht zu. Ihr müsst euch damit beschäftigen, wie sind die Querverbindungen? Und eine Querverbindung ist, erst kam das eine, dann kam das andere und da würde ich sagen, von da ist zumindest, das habe ich aber leider vor 40 Jahren schon gesagt und heute wird es nicht mehr in dem Sinne stimmen, es hat sich was verändert, aus der Negation ist ein Jahr geworden. Und diese, die Bewegung zwischen Nein und Ja und ob eine Theorie überhaupt Ja sagen kann, das ist mehr als fraglich, damit kann man sich, das ist jetzt kein, 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 kein Bekenntnis, sondern das ist ein Beschäftigungsgegenstand, damit kann ich mich beschäftigen, stundenlang, wochenlang, da kann ich einen Text dazu lesen, dann kann ich einen Text dazu schreiben, das ist nicht etwas, was ich entscheide, sondern ich versuche, wenn ich, wenn mir am Begriff des Materialismus als Feministin etwas liegt, würde ich sagen, jetzt wie die von dir in dem Buch aufgenommenen Thüringer Falkenfrauen, die sagen, wir machen ein Theorieseminar, dann würde ich sagen, da könnte man jetzt mal ein Theorieseminar darüber machen. Gut, dann jetzt auch an Koschka die Frage, du nimmst den Begriff ja schon für dich noch in Anspruch, zumindest taucht er in deinen Texten dann doch auch immer wieder auf. Was würdest du sagen, sozusagen, wie kann eine materialistische Analyse des Geschlechterverhältnisses aussehen oder wozu taugt dieser Begriff noch? Ich würde vielleicht gar nicht sagen, was taucht denn noch, sondern wieder, also ich habe ein Recht, also zum einen stimmt das, dass ich auch den materialistischen Feminismus als ein Label verwende, wie es du ja am Anfang auch kritisch angemerkt hattest, was passiert und ich versuche das möglichst reflektieren zu tun, weil ja das in diesen Dinge oder Begriffe als Label verwenden immer auch schon so eine ihre Verdinglichung in der Weise drinsteckt, die dann halt so eine unvoreingenommene Annäherung an den Gegenstand unwahr machen könnte und das möchte ich ja auch nicht, aber zum einen glaube ich eben, dass es also quasi wichtig ist, irgendwas anzubieten oder zu formulieren und ihm dann halt so dem Baby halt einen Namen zu geben, wie materialistischer Feminismus, also eben als Debattenbeitrag, um das halt dann in die Debatte zu schmeißen und halt möglichst klar und genau benennen zu können, was ich damit meine, um es halt diskutierbar zu machen. Also das ist auch glaube ich erst in den letzten Jahren so sehr gekommen, dass ich diesen Begriff materialistischer Feminismus so sehr verwende und ich habe damit auch schon angefangen in dem Interesse halt so einen Gegenbegriff zum Queerfeminismus zu formulieren, der aber jetzt nicht einfach quasi die sagen blau und ich sag rot, sondern auch mit dem Anspruch antritt, zu erklären, was da passiert, so wie ich so ein bisschen versucht habe, in der Einleitung deutlich zu machen und aufgrund dieses pragmatischen Ansatzes würde ich sagen, also ich habe das, dass ich das schon weniger auf, weniger bedenke, was du gerade angerissen hattest mit dieser langen Geschichte oder dass halt ich immer versuche, also schon quasi bewegungsgeschichtlich reinzuholen, was da passiert ist oder dass ja die zweite Frauenbewegung auch so eine, also auch immer schon eine innerlinke Kritik dargestellt hat und eine Kritik an den marxistischen Welterklärungen, die da stattgefunden haben und dass ja, ich weiß es nicht, vielleicht die Feministin der zweiten Frauenbewegung oder du, vielleicht ihr damals nicht auf die Idee gekommen wärt, das euren Feminismus als materialistisch zu bezeichnen, weil du ja wie gesagt meintest, dass das eine quasi eigentlich eine Abgrenzung gegen das andere ist. Ich habe das nicht als Feministin gemacht. Wir haben eine Aufnahme. Ich habe das nicht als Feministin gemacht, sondern das ist sozusagen die historisch letzte Position der kritischen Theorie und ich habe, die Gedanken sind nicht als Feministin formuliert. Du kannst du sagen, ich rechne mich dazu, insofern ich mich mit den Grenzen beschäftige oder ich rechne mich nicht dazu, insofern ich mich mit den Grenzen beschäftige. Die vielen, vielen Jahre, die immer wieder hier Auseinandersetzung mit dem Feminismus waren, innerfeministisch oder nicht, die haben diese Grenze weniger konturiert gemacht. Das ist weder eine Gegnerschaft noch ein Zugehörigkeitsgefühl. Das wollte ich nur eben dazu sagen. Ach, das ist interessant. Ich dachte, durch die Beschäftigung mit dem Gegenstand ist ja quasi schon, also die, darin ist ja quasi schon die Leidenschaft und natürlich auch das eigene Leiden am Geschlechterverhältnis drin und ich wüsste gar nicht, das kann man auch als nicht feministisch. Exakt, ja, das kann ich auch als kritische Theoretikerin machen, durchaus. Wow. Aber ich meine, es ist ja einfach die Frage, wie viel Material man aufnimmt, nicht wahr? Benennen kannst du es dann, wie du willst und wenn du dich, wenn du Leute anguckst, die 40 Jahre lang über etwas streiten, dann findest du natürlich die Position des Gegners oder der Gegnerin hundertprozentig im Gegner, das ist ja, das ist ja wurscht. Aber ich, da ein vorausgehendes Bekenntnis quasi, ich fühle mich dazugehörig, das ist vom 68er-Bewusstsein hier ganz, gar nicht kompatibel, nein. Wow, okay. Vielleicht kommen wir danach nochmal auf den Punkt zurück. Echter Generationenkonflikt. Das finde ich total spannend. also für mich ist das materialistische Feminismus schon, also bedeutet das so eine Art Selbstverortung oder, ja, eine Selbstverortung in einer feministischen Debatte, die eben, wie ich versucht habe darzustellen, als eine Abkanzung vom Queerfeminismus begonnen hat. und deshalb halt quasi versucht, Punkte zu setzen und zu beschreiben, die im Queerfeminismus nicht vorkommen. Also wozu halt, ja, also was man am schnellsten beschreiben kann oder, nee, nicht am schnellsten, aber was einem am ehesten einfällt, schon ja, die sozioökonomischen Bedingungen sind unter denen Geschlecht stattfindet, so überall auf der Welt. Also sich damit zu beschäftigen, halt eine, und eine Kritik und eine Einordnung dieser Gegenstände, halt sich zu gucken, sich anzugucken, wie, inwiefern ist denn die Produktionsweise geschlechtsspezifisch und inwiefern sind die Institutionen noch immer patriarchal geprägt oder inwiefern sind sie es halt nicht mehr oder inwieweit ist Kapitalismus als sich oder die, die, die Tauschlogik oder die Lohnarbeit, inwieweit ist die halt, patriarchal oder halt männlich oder wie, oder ob sie es halt nicht ist und umfasst dann halt so ganz verschiedene Gegenstände, die man halt auch auf andere Weise betrachten könnte, aber zum Beispiel halt Gegenstände der Kunst oder der Pädagogik oder auch der Sprache und da verstehe ich eine materialistische Herangehensweise halt als eine, die sich anschaut, wie das in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext funktioniert, eben das ist halt alles im Kapitalismus und im Patriarchat stattfindet und was das für diese einzelnen Gegenstände bedeutet und also was für, bei dem Gegenstand Sprache kann man das vielleicht ganz gut auseinanderhalten, weil Queerfeminismus ja sehr viel über Sprachpolitik und über Sprachpolitik und auch Sprachkritik und Normenkritik funktioniert und das ja nicht was komplett Verkehrtes ist und was man aber aus einer materialistischen Perspektive daran als verkehrt ansehen kann, eben ist eben diese mangelnde Rückbindung an die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen diese Kritik stattfindet, halt so eine Verabsolutierung dieser sprachlichen und sozialen Ebene oder direkt empirischen Ebene und dass man das halt irgendwie ja Erden ist ja immer ein ganz gutes Wort für Materialismus, dass man das irgendwie begrifflich begründen muss, was da halt passiert und halt trotzdem aus einer materialistischen Warte feministische Sprachkritik betreiben muss, also sich angucken muss, wie schlägt sich denn das Geschlechterverhältnis auch sprachlich nieder und wie wird das aber dieses Sprachkritik, die daraus die daraus erwächst, auch selber sofort wieder verdinglicht, also was was bedeutet das halt, dass dann wieder bestimmte Arten zu Gendern, zu Labels werden oder eine bestimmte Art von euphemistischer Betrachtung, von Diskriminierungsverhältnissen, was hat das wiederum für eine gesellschaftliche Funktion, also das würde ich halt als eine materialistische Kritik beschreiben, da die Betrachtung der Verhältnisse gewissermaßen wieder so ein bisschen gerade zu rücken und zu sagen, man muss sich halt die Gesellschaft angucken, in der das passiert, was da halt sprachlich an durchaus schlimmen Sachen passiert, also eben wie rassistische und sexistische Diskriminierung. Vielleicht so für erst mal. Dann, ihr habt es schon zum Teil angerissen, aber ich würde trotzdem nochmal auf diesen Punkt zurückkommen wollen und diesmal auch Koschka zuerst dran nehmen. Wie hängt denn jetzt sozusagen die Analyse des Geschlechterverhältnisses mit der Gesellschaftskritik zusammen? Also muss ich auf Geschlecht rekurrieren oder kommt man sozusagen ohne aus und bezieht sozusagen noch seine Gesellschaftskritik auf das Thema Geschlechterverhältnis? Wie würdest du sagen, ist der Zusammenhang? Du hast ja gerade sozusagen angesprochen vom Kapitalismus und Patriarchat. Das klingt ja zumindest schon mal nach einer Doppelung, die ja in irgendeinem Verhältnis stehen müsste. Wie würdest du das sehen sozusagen? Und danach Ilse sozusagen mit der nochmals Antwort darauf vielleicht. Ja, mit dieser Doppelformel, denn mit den zwei Teufeln kann ich ja vielleicht anfangen. Also ich denke, dass eine Gesellschaftskritik immer auch eine Kritik des Geschlechterverhältnisses sein muss, eben weil Kritik so eine, weil Geschlecht so eine ungeheuer bedeutsame Kategorie ist, dafür wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also es ist ja auch immer in der materialistischen Diskussion ein Riesenthema gewesen, wie nun der Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat aussieht. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Entwürfe, quasi Versuche, das zusammenzudenken. Ist es jetzt ein System, sind es zwei Systeme und wo, an welchen Punkten treffen sie zusammen? Und ich würde, also vielleicht einsteigen kann man da ganz gut mit diesem Satz von Frigga Haug, die da schon vor vielen Jahren angemerkt hat, dass Produktionsverhältnisse immer auch Geschlechterverhältnisse sind und was man halt so sehen kann, dass der Produktionsprozess, der kapitalistische halt immer auch geschlechtsspezifisch organisiert war, dass es halt von Anfang an, seit eben diese Produktionsweise ihren Anfang genommen hat und ja, bis hin zu dem Stand von heute, dass man anders eigentlich sein Überleben nicht mehr fristen kann, als über Lohnarbeit zu Geld zu kommen. Genau, dass es halt immer der Produktionsprozess geschlechtsspezifisch organisiert war und vor allem im Zusammenhang damit der Reproduktionsprozess, also alles, was gesellschaftlich auch passiert und was aber nicht Produktion ist, also was quasi ja dann auch marxistische Theoretikerinnen in der zweiten Frauenbewegung auch immer wieder versucht haben, auf den Punkt zu bringen, dass ja die Gesellschaft sich nicht nur durch die in der Produktionssphäre reproduziert, sondern eben auch durch die Reproduktionssphäre und dass die halt so ja traditionell immer wieder von Frauen besetzt ist, von Frauen, die halt die Kinder erziehen, die halt den Haushalt machen, die halt einen wahnsinnigen Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, ohne dafür halt überhaupt bezahlt zu werden und eine andere Form gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren. Also das glaube ich ist so ein großer Teil von den gesellschaftlichen Verhältnissen, dass es halt ja, dass der berühmte blinde Fleck war, der wäre das nicht zu berücksichtigen oder zu versuchen, eine materialistische Kritik auf die Beine zu stellen, die eben keine Kritik des Geschlechterverhältnisses mehr enthalten würde. Also dass es funktioniert, haben ja auch viele Jahrzehnte marxistischer Theoriebildung, die gar nichts mit dem Geschlechterverhältnis zu tun hat, gezeigt, das geht einfach, also wenn man Patriarchat nicht sehen will, dann sieht man es halt auch nicht und trotzdem hat alles einen logischen Zusammenhang und sich damit zu beschäftigen, warum das kurioserweise so ist, das finde ich einen recht wichtigen Teil eines materialistischen Feminismus. Also es hängt zusammenfassend vielleicht immer gesagt ganz grundsätzlich damit zusammen. Dann ist die Frage, auch wenn du sozusagen den Begriff des Feminismus zurückweist, in diesem Sinne, weil du sagst, du bist dem Materialismus nachgängig, trotzdem schreibst du ja in deinen Texten auch über Geschlecht und versuchst sozusagen eine Gesellschaftskritik zu formulieren, die über Geschlecht nachdenkt. Wie würdest du sozusagen den Begriff des Geschlechterverhältnisses dann auf deine Gesellschaftskritik beziehen? Ja, es ist denke ich mal kein Zufall, dass ich, wenn ich über Geschlecht schreibe, häufig Literatur geschrieben habe und erzählt habe und nicht abgeleitet habe und das ist glaube ich für mich unglaublich wichtig, damit das nach meinem Verständnis klappt, was Koschka beschrieben hat und damit sind ja auch wirklich die letzten Jahrzehnte vergangen, wenn man eine etwas systematische Betrachtung bevorzugt, dann ist die Denkfigur, ob wie der Feminismus als System zum Materialismus als System steht, eingeordnet, parallel, übergeordnet, ineinandergreifend, konzentrische Kreise, wie das geht, das ist ein logisches, ich denke, das ist, also Roswitha Scholz versucht es mit dem Begriff der Abspaltung, das ist, das finde ich für mich nicht fruchtbar, es führt in logische Probleme hinein, die nur zeigen, dass irgendwie etwas verfehlt wird, wenn ich bei der Frage, wenn es um die Kritik der Gesellschaft geht und ich müsste heute nochmal so etwas Grundsätzliches versuchen, wie damals bei der Fabrikation weiblicher Subjektivität und das hieß auf einen Begriff gebracht, der Mann steht für die Produktionssphäre, die Frau in dem Moment, wo ihr ein Subjekt zugeordnet wird und zuerkannt wird, wo sie als Subjekt behandelt wird, kriegt ein Label von der Konsumtionssphäre und da ist sie dann auch noch stolz drauf, so habe ich das sehr stolz damals vorgetragen und viel Ärger mir eingehandelt, aber es war immerhin eine gesellschaftskritische und in dem Sinne materialistische, wenn vielleicht noch etwas Holzschnitt, wie sagt man, Holzschnittmäßige Aussage. Wenn ich das heute noch mal versuchen würde, dann würde ich wieder anfangen, wenn ich Theorie mache, bei den Theorien, die ich explizit oder implizit in der Gesellschaft vorfinde und was mir heute auffällt und was ich eine sehr schwierige und sehr traurige Angelegenheit finde, das ist Gott sei Dank statt der alten Deduktionswut eine aber sehr beunruhigende horizontale Betrachtungsweise, wo etwas wie Abspaltungsprodukte oder Verwesungsprodukte des alten Materialismus, der Feminismus, die Antisemitismuskritik, diese und jene andere Bereiche auch horizontal nebeneinander stehen in einem absolut nicht klärbaren logischen Verhältnis, so wie sie nebeneinander stehen. Ich habe in Koschkas Sammelband ein paar Auseinandersetzungen gelesen, wo mir dann selber gleich ganz hilflos zumute wurde bei der Frage, wie kann man Antisemitismuskritik und Genderkritik, wie kann man das zusammenbringen, ich würde sagen, man kann es nicht zusammenbringen, denn es sind Entmischungsprodukte, Adorno oder Freud hätte gesagt, es sind, Klaus Heinrich, der Religionsphilosoph, die hätten gesagt, es sind Entmischungsprodukte, da hat sich der Materialismus zerlegt in gegeneinander ja so wie mit Stacheln versehene kleine Monaden, die sagen, ja komisch, ich bin aber doch beides und dann irgendwo bei dir, dann wird Judith Butler zitiert, die sagt, in einer Person kreuzen sich verschiedene Dinge, nicht wahr, ich kann auf diese Demo gehen und dann bringe ich die anderen Teile der Person ja auch mit, das ist aber eine sehr triviale Einsicht, die ist nicht spektakulär, aber die Verselbstständigung so einzelner Bereiche, die alle irgendwie mit dem Anspruch der Totalität versehen sind, das ist etwas, was ich wert finde, kritisch beleuchtet zu werden, so, das ist eine Gesellschaft, die auch gegen einen wiedererstehenden Narzissmus vollkommen ohnmächtig ist, meiner Ansicht nach, das ist keine theoretische Haltung, mit der man sich irgendwie wehren kann, indem man was Konsistentes sagt, aber das ist etwas, was nach dem Marxismus gekommen ist und dem müsste man sich widmen, wenn man das heute anguckt und da finde ich, Koschka, in deiner Wiederbelebung des Materialismus, jetzt mit den ganzen Jahrzehnten auf meinem Buckel, finde ich viel, jetzt würde man tatsächlich sagen, rückgewandtes, was ja was für sich hat, aber ich finde, die Jahrzehnte dazwischen, die sind darin nicht repräsentiert, die sind nicht vorhanden, so wie man das Patriarchat betrachtet, konnte man es tatsächlich vor 35 Jahren schon betrachten und diese 35 Jahre haben ein Recht, gewürdigt zu werden, die müssen in meine Überlegung mit eingehen, Sonst rede ich nicht von heute, ich verstehe von Queer-Theorie unglaublich wenig, habe nur mal hier und da reingeguckt und denke, man geht wirklich in, die mag sich entwickelt haben, wie sie will und manchmal denke ich auch, möchte ich gerne mal mit Queer-Feministinnen reden und sie fragen, wie sie zur Schöpfungsgeschichte stehen und wie die Tiere alle zum lieben Gott gekommen sind und haben gesagt, nicht und er gab ihnen einen Namen und dann kommt das kleinste Tierchen und sagt, aber mich hast du vergessen, jetzt bin ich nicht auf der Welt und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Legende ausgegangen ist, welchen Namen und welches Tierchen, wie da Name und Tierchen zusammengekommen sind, aber, aber, als ich mal ein paar Seiten, ganz, ganz paar Seiten, weil ich immer mit Schreiben beschäftigt bin und so schlecht rezipieren kann, weil ich mal ein ganz paar Seiten Judith Butler gelesen habe, habe ich beim ersten Satz gewusst, die Frau weiß, dass das, was sie macht, Theorie ist und viele Feministinnen in den letzten 35 Jahren haben gedacht, das ist Natur, es ist wie das Gänseblümchen auf der Wiese ihr Begriff, es ist gewachsen, es ist eine Tatsache, Judith Butler wusste, es ist ein Begriff und jetzt auf den Frauenbegriff zu rekurrieren, wo in vielen, in vielen Jahren gerade der Frauenbegriff in Frage gestellt worden ist, den gibt es vielleicht so wenig wie noch mehr den Marxismus oder den Materialismus, das ist eine Bewegung zurück, da fragt man sich, wo kommt es dann, es ist ja nicht zeitgleich, sondern wenn ich mit dem Frauenbegriff argumentiere und ganz viele Leute haben schon gesagt, wo gibt es überhaupt nicht, was mir persönlich übrigens meinem Selbstbild nach sehr nahe kommt, sehr viel näher kommt als eine kompakte Vorstellung von einer Frau und ich vielleicht auch deshalb was darin finde, aber ich finde, es ist nicht bei 2018. Und jeder, der hier ist, muss nachdenken über das, was jetzt ist und irgendwie, denke ich mal, wird man Queer-Theorie und du machst es ja an vielen Stellen, das habe ich ja gelesen und auch gerade noch mal gehört, muss man es in das Denken hineinnehmen, nicht nur als den Gegner, weil Materialismus bestritten wird, sondern auch als eine Entwicklung im Selbstbewusstsein des theoretischen Denkens, das irgendwie weiß, dass es Theorie ist. Wow, also vielleicht direkt zurück, also kann ich was nachfragen? Also ich meine, also was du meintest mit diesem rückwärtsgewand, das habe ich schon von mehreren älteren Feministinnen oder Kritikerinnen gehört. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ja so seit den frühen 90ern einfach sehr wenig stattgefunden hat an materialistischer Theoriebildung und das ist so ein bisschen oder an materialistisch feministischer Theoriebildung und dass ich versuche, Sachen wieder reinzuholen, die halt vielleicht tatsächlich auf so einem oder die ich auffinde auf einem Stand der 80er oder maximal der frühen 90er und die ich glaube ich auch nicht die Kraft habe, alle neu zu denken oder allesamt zu durchdringen und ich versuche die so ein bisschen heranzuziehen und zu sagen, ja wir müssen uns angucken, was damals kritisiert wurde und was wir halt heute daraus machen. Also ich gehe mal davon aus, oder ich kenne das auch aus Erzählungen, dass es ja wie so ein Abbruch damals war und sich im Feminismus angefühlt hat, also als es so kam mit dem Linguistik-Turn, dass das so eine, also dieser Paradigmenwechsel so relativ rasch passiert ist. Also Roswitha Scholz hat damals eine reizende Anekdote erzählt über Tove Seuland, also eine andere feministische Kritikerin, die jetzt auch schon nicht mehr ganz jung ist und dass die wohl damals krank war, als irgendwie Anfang der 90er war, sie hat länger krank und dann war sie genesen und hat quasi sich wieder der Lektüre zugewandt und Roswitha Scholz meinte dann, also dann hat die Tove die Augen aufgemacht und konnte gar nicht glauben, was passiert war und konnte das gar nicht fassen. Also weil es da plötzlich so halt diesen Umschwung gab hin zu, okay, wir lassen das mit der Beschreibung oder mit der Kritik der kapitalistischen, der patriarchalen Weltordnung und müssen jetzt einfach gucken, dass wir da, wo man halt so bleibt oder dann halt sich mit bestimmten Nischengeschichten halt befasst haben, also auch, was hier dann auch ein verständlicher Rückzug war, war ja auch einfach in den, also mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, ich glaube auch einfach mal, also relativ viel passiert ist und die Linke sich da halt nochmal so neu verorten musste und dann durch die, auch durch das, was dann aus der antideutschen Kritik kam, so, also das so zerschmeißen des revolutionären Subjekts als solches, dass es einfach nicht mehr glaubwürdig war, dass ich glaube, diese historischen Geschichten müssen halt erst mal reflektiert und aufgearbeitet werden und da versuche ich so einen kleinen Beitrag zu leisten, eben unter Berücksichtigung dessen, was seitdem passiert ist und weil ich eben glaube, man kann nicht einfach so tun, als hätte es 25 Jahre Queerfeminismus nicht gegeben, der ja eben auch seine historischen, sozioökonomischen Ursachen hat, das ist ja das, was so, also so diese radikal-feministischen Strömungen, die man jetzt wieder so hört, so wollen, also die dann so einfach sagen, das ist doch alles Quatsch, das ist doch so ein akademisches Geschwurbel, hatte noch nie was mit der Realität zu tun, die Frauen sind da, sie leiden und da müssen wir jetzt aktiv werden und das leitet mich zum zweiten Punkt, also ich meine, das mit dieser Selbstempfindung als Frau ist ja immer eine total schwierige und ambivalente Sache, was ich ja glaube, auch einfach an dieser seltsamen Subjektkonstituierung der Frau liegt, aber so die Frau als gesellschaftliche Realität, würdest du das gar nicht so sehen, dass ja wir in einem Zweigeschlechtersystem leben, was das ja unablässig Mädchen und Frauen hervorbringt, halt relativ unabhängig davon, was die Einzelne dazu sagt, also wenn man halt in einer glücklichen Lage ist, wie wir halt Bildung empfangen zu haben, die Möglichkeit hat, ökonomisch unabhängig zu sein, dann kann man ja bis zu einem bestimmten Gratis reflektieren oder hat eine Entscheidungsmöglichkeit, aber die allermeisten Frauen global betrachtet, haben die ja nicht, sondern werden ja von Anfang an zu Frauen gemacht und müssen als Frauen leben und dann geht es ja auch ganz klar um Frauenrechtliche Interventionen einfach um zu gucken, wo gehen die Mädchen nicht zur Schule und aus welchen Gründen, wo leiden Frauen unter einem, was weiß ich, einem Jungfräulichkeitsdogma, wo müssen sich Frauen verschleiern, also all diese Sachen, die halt Individuen zu Frauen machen, egal was sie dazu sagen, das ist ja schon ein wichtiger Punkt in der materialistischen Analyse, so zum Thema überholt sein, das Begriffsfrauen. Aber ich denke mal, wenn ich mich dafür engagiere, dann tue ich es auf der Ebene, auf der ich 30 Jahre Lehrerin war zum Beispiel, dann kann ich das, ich kann Lehrerin sein und ich kann mich für die Frauen in der dritten Welt oder wie immer engagieren, das ist Praxis, das ist nicht Nachdenken über mich, das ist ein ganz ein ganz anderes Ding. Wenn du fragst, wofür ich mich interessiere, ob ich bei der Gesellschaftsanalyse ausgehen würde von der Dualität Mann-Frau, dann würde ich sagen, jeder hat nur ein Leben und die Lebenszeit ist begrenzt, so davon würde ich nicht ausgehen. Ich habe aber festgestellt, bei dem unendlich viel literarischen Schreiben, dass ich da ganz oft davon ausgehe, dass das also ein Teil von mir ist, der ist mir wichtig, aber der ist mir in anderen Koordinaten wichtig, den kann ich widerspiegeln in einer anderen Form. Wenn ich etwas denken will, was ich gesellschaftlich relevant finde, dann denke ich nicht in der Zweiheit Mann-Frau und wenn ich denke, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau, was ich bin. Ich komme gar nicht auf die Idee, dann zu denken, ich bin eine Frau, so wenig wie ich, als ich jetzt mal vor zwei Jahren zum ersten und vielleicht einzigen Mal in meinem Leben in New York zehn Tage war, um mit den Enkelkindern auf den Spielplatz zu gehen, am dritten Tag wusste ich nicht mehr, dass ich weiß bin. Es war weg. Es war einfach weggerutscht. Ich konnte es nicht festhalten. Wenn ich über ein gesellschaftliches Problem nachdenke, dann denke ich nicht als Frau. Dann denke ich. Und das ist sicherlich auch ein Moment der Kränkung, was durch den Feminismus entstanden ist, der totale Anspruch, wenn ich denke, dann denke ich. Und da mache ich keine Spezifikationen. Ich denke als die Ilse Binzeil. Früher hieß es immer, du bist die Tochter vom Doktor, sagtest du die Tochter vom Doktor Binzeil bist, dann kommst du schneller dran. Diese Einschränkung, die macht mich ganz kirre. Ihr merkt es. Wenn ich denke, dann denke ich im auch etwas absurden Sinne von UNESCOs Unterrichtsstunde, wo die kleine Schülerin sagt, was ich anstrebe, ist das Doktorat total. Und so habe ich mein Leben lang das Doktorat total angestrebt und ich sehe auch nicht ein, warum ich davon runter soll, um mich da zu spezifizieren. Aber ein Spezifizierungsbedürfnis habe ich und dann setze ich mich hin und schreibe eine Erzählung oder ein Gedicht oder ein Roman oder Berichte aus meinem Leben, wo ich sage, so ist das gekommen, so hintereinander. Aber wenn ich denke, dann ist es nicht repräsentiert. Jemand, der anders sozialisiert ist, bei dem ist es sicherlich repräsentiert. Das ist verschieden, das ist kein Dogma. Aber das ist doch gerade ein wichtiger Teil auch einer feministischen Auseinandersetzung mit der eigenen geistigen und intellektuellen Gewordenheit, dass die ja immer das Nichtweibliche ist, so dieses, das eigentlich, was ich selber bin und was ich als ich will, dass es so ganz schwer in Einklang zu bringen ist mit dem, was mir als Mädchen, als Frau zugestoßen ist. Dass es halt zwei so ganz verschiedene Sachen sind und dass es ja gerade so schwer ist, zu versuchen, sich geistig auf das Frausein zu beziehen, was ich halt für eine feministische Notwendigkeit halte. Aber ja, ich gebe dir völlig recht, ich würde bloß einmal noch widerwurstig sein und sagen, aber wenn ich denke, denke ich ja nicht als Mann. Obwohl, obwohl bei Maggie Nelson die Argonauten, das war nun ein Buch, was mir sehr entspricht und vielleicht haben es etliche von euch gelesen, die sagt etwas, wo ich mich ein bisschen getroffen fühlte, wenn ich denke, da sagt sie, da gibt es den Verdacht, dass man vielleicht doch einen männlichen Traum realisiert, gerade in diesem Versuch total zu denken, ohne Abstriche zu denken, also dass das nicht ein neutraler absoluter Traum ist, sondern dass es ein bisschen ein männlicher Traum ist. Und ich glaube, so als Person wäre ich damit sogar ganz gut charakterisiert. Sei es drum, dann bin ich eben mit diesem männlichen Traum befasst, ich habe gar kein Geschlechtsgefühl beim Denken. Wenn der Doktor sagen würde, spüren Sie etwas, dann würde ich sagen, nein, da spüre ich nichts, da denke ich. und ich müsste es erst ganz sekundär und dann bin ich wie in einem anderen Beruf, wie in einem anderen Lebensmodus, wenn ich jetzt sage, ich beziehe jetzt darauf, dass ich eine Frau bin. Ich denke über die, wie man früher gesagt hat, das kann man ja gar nicht mehr sagen, ich denke über die Welt nach. Aber ich tue es nicht als Frau. Gelegentlich muss ich von mir was einbringen, dann schreibe ich was, dann erzähle ich. ist komisch, ne? Ja, also, ich finde das einen total spannenden Punkt, mir fällt es gerade auch schwer, adäquat darauf zu reagieren, weil, also für mich, sich dann so Fragen aufdrängen, also worüber wir uns ja vorhin in der Straßenbahn unterhalten haben, dass du ja immer berufstätig warst und dass du drei Kinder großgezogen hast und ich mir denke, was ist das für eine wahnsinnige Lebensleistung, ich finde eben halbtags Job und Theorie machen und dann manchmal noch Literatur schreiben, ich bin damit halt schon völlig überfordert und denke nur mit einer, manchmal so einer Phase von Arbeitslustigkeit lässt sich das überhaupt ertragen, aber dass das ja quasi, aber na gut, wenn du sagst, dass du das gar nicht als Leiden empfindest, also man könnte ja denken, das ist ja schon, also ich weiß nicht, vielleicht meinst du was ganz anderes mit deiner Konstellation, aber das ist ja eine Ausgangskonstellation von über die Welt nachdenken, die spezifisch weiblich ist und mit der du ja als du zurechtkommen müsstest und trotzdem musstest und trotzdem würdest du das nicht als was Weibliches oder als ein feministisches Thema beschreiben, also diese Lebensentscheidung, die du da getroffen hast, diese Lebenspraxis, die du für dich gefunden hast. Also ich würde jetzt manchmal fange ich an mich, ertappe ich mich dabei, etwas zu entdecken in der Literatur, wo ich denke, oh, das konnte nur gesagt werden, weil es eine Frau geschrieben hat und zwar ist es jetzt, da komme ich dann schon mal in Schwärmen, habe ich jetzt drei Bände von Caroline Alexander gelesen, das eine über die, eine Ilias-Lektüre, ein Bericht über die, eine Antarktis-Expedition und das dritte über die Meuterei auf der Bounty und da mit einer Coolness, als wäre sie keine Frau, als müsste sie nicht darauf Rücksicht nehmen, dass sie eine Frau ist, nimmt sie sich gesellschaftliche, geschichtliche Themen vor und macht einen Lektüre, als lese sie es zum ersten Mal und die ganze Welt hätte darauf gewartet, was sie da entdeckt und da entdeckt sie ein paar Dinge, so mit spitzen Finger, wenn sie die Ilias mit Erlebnissen in den Gräben des Ersten Weltkriegs vergleicht zum Beispiel, ich kann das nur empfehlen, da denke ich, ach, ich glaube, in einer Darstellung, die von einem Mann geleistet wurde, hätte ich das vielleicht nicht gefunden, also peu à peu erarbeite ich mir den unbekannten Kontinentfrau und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, mich damit das wahrzunehmen, komme ich da sicherlich auch noch zu was, praktisch habe ich das ja auch versucht, ganz, ganz unlegitimiert und ungerechtfertigt, habe ich zu einer Zeit, wo wirklich es auch fast niemand interessiert hat, sechs Bände Frauen herausgegeben, die sind alle höchst unfeministisch, ich habe mich nur dafür interessiert, dass Frauen etwas zu sagen haben, worüber sie gerne wollen und da bei dem Band, da hat nämlich jemand, ach ja, eine alte Freiburger Freundin, die auf den ästhetischen Kommunikationsband Hashtag Frauen sind doof geguckt hat und sich das angeguckt hat, hat gesagt, Ilse, das ist doch wie früher mit diesen Frauenbänden, du lässt Frauen reden, worüber sie reden können oder wo sie was zu sagen haben, auch weil ich ein bisschen neugierig bin, was sie denn zu sagen haben und es möchte sich mir erschließen, dass die Tatsache, dass sie Frauen sind mit dem, wofür sie sich interessieren, dass mir das eine Info bringt über das, was eine Frau ist. Da ist auch ein Artikel drin von der Rita Bischof, die ja eine große, große Theoretikerin ist, noch aus der Zeit der Schwarzen Botin und eine arrangierte Wissenschaftlerin, Surrealismus-Spezialistin und Hegel- und Parteispezialistin und wenn ich durch diesen Artikel habe ich sie kennengelernt, sie sagte damals, sie will nicht schreiben, sie hat anderes zu tun, aber der Titel Frauen sind doof, da können sie einfach nicht widerstehen und dann hat sie ein Porträt von Meret Oppenheim gemacht, unglaublich und dann setze ich mich hin und schwärme und freue mich, dass eine Frau so etwas Tolles zustande bringt und das ist ja nichts, was dem Begriff irgendwie unter dem Begriff des Feminismus passt, aber mein permanentes Interesse daran, was mit den Frauen los sein könnte, ein wenig widerspiegelt. Und kann ich noch eine letzte Nachfrage tun? Also du interessierst dich für Frauen und aber du bist keine Feministin. Das war jetzt lustig, weil die logische Folge wäre gewesen, aber du bist keine Frau. Ja, schon, also ich habe diesen Teilsatz weggelassen, ich weiß gerade auch nicht genau warum, aber dieser Punkt interessiert mich tatsächlich am meisten. Ich bin keine Feministin, nein, ich bin eine ganz sture kritische Theoretikerin noch aus der vorantideutschen Zeit. Wen man alles so kennenlernt. So ist es, Roschka. Ein Punkt, den ich vielleicht stark machen wollen würde, ist ein Bezugspunkt von Feminismus oder feministischer Kritik und Materialismus und das ist ein Punkt, der irgendwie mir jetzt einfach zu kurz kam und das ist der Körper, der sexuelle, geschlechtliche Körper, über den man ja reden müsste, als basales Moment des Subjekts und gerade auch, weil der Körper ja eins der Kampffelder ist, wo Materialismus und Poststrukturalismus ja auch irgendwie sich begegnen oder beziehungsweise wo ja gerade Butler sehr viel zuschreibt zum Thema Materialisierung und so weiter und da würde ich gleich noch einen zweiten Begriff anführen, nämlich den Begriff des Leibes und würde aus der kritischen Theorie heraus den Begriff des Leibes stark machen wollen, weil in diesem Begriff sich ja dann auch reflektiert, zum Beispiel die Dialektik von Natur und Gesellschaft am Menschen solche Fragen, wie eben in der tiefen Struktur des Subjekts Gesellschaft sich verankert, wie sich auch so etwas wie Nichtidentität von Natur am Menschen sich erhält und so weiter und am Körper, am Leib kann man ja auch immer dann nachvollziehen sozusagen diese beiden ja nicht identischen Ebenen, mit denen man arbeiten muss im Materialismus und das ist zum einen eben eine ja subjekttheoretische Ebene, die du Koschka ja schon erwähnt hattest, da ist glaube ich dann ganz wichtig auch einfach die Psychoanalyse halt ins Boot zu holen, also sich anzuschauen, wie wirklich in der tiefen Struktur des Subjekts halt im konkreten Individuum halt gesellschaftsvermittelt wird und auch Geschlecht vermittelt wird, geschlechtliche Praxen vermittelt werden in die tiefen Struktur und die zweite Ebene ist natürlich dann immer die gesellschaftstheoretische Ebene und diese beiden Ebenen muss man dann eben an so einem Thema, an so einem Gegenstand wie dem Körper oder Körperverhältnis eben dann zusammen denken und ich denke, dass da eben dann, wie sagt die Psychoanalyse zum Beispiel oder die kritische Theorie des Subjekts, also so Namen wie Lorenzer, Klaus Horn und so weiter, die ja irgendwo auch so ein bisschen aus der Generation 68er herausgewachsen sind und dass die wichtig sind. Wenn man über Körper redet, dann gibt es auch einen Dialekt, man muss aufpassen, dass man nicht übergreift auf etwas, was man, was vielleicht der Theorie entgegenstehen könnte. Das wäre dann ein theoretischer Übergriff. Vielleicht ist am Körper etwas, was man nicht theoretisieren sollte, es sei denn, man tut es im Übergriff. Also es ist jetzt gar kein Einwand oder so etwas. Und wenn man heute über Körper redet, dann muss man ja und da braucht man, da geht man ja, doch denke ich, von Foucault aus, dann braucht man die Kategorie der Körperbewirtschaftung, wenn man heute etwas Relevantes über Körper sagen will. Nicht einfach jetzt hier, hast du ja auch gar nicht gemeint, Selbsterfahrung oder so, denn was heute, wo heute der Körper wichtig ist, das ist, dass er bewirtschaftet wird in jeder, jeder, jeder Hinsicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, die mit der unmittelbaren Erfahrung gar nichts zu tun haben. Denk an die Organspenden, denk an die Bewirtschaftung des Körpers, denk an die Sterbehilfe in einem Kontext, der immer in einem freien Subjekt, Raum postuliert wird und in Wirklichkeit genauso ja einfach die heutige Weise ist, den Körper nicht mehr auszusparen, wenn es um Verwertung geht. Das ist, da könnte, da müsste unbedingt ungeheuerlich drüber nachgedacht werden, aber in einem solchen integrierten, integrativen Zusammenhang, wie ich meinte, dass bei der MeToo-Geschichte nicht über die, da nicht nachgedacht werden kann, die nicht, eigentlich nicht geführt werden kann, ohne, dass über den alten Begriff der Kulturindustrie geredet wird. Es kann nicht das eine auf Kosten des anderen beredet und bedacht werden. Ich habe wieder gelacht, heute zum ersten Mal habe ich in der Zeitung gelesen, dass bei der Missbrauchsgeschichte der katholischen Kirche, und ich bin ein altes katholisches Kind, auch das noch, ich habe darauf gewartet und ich habe gehofft, es kommt heute nicht, aber heute kommt es natürlich, dass in einem Halbsatz mal auftaucht, nicht der Papst muss noch mehr in sich gehen und der Missbrauch muss noch mehr aufgearbeitet werden, sondern es muss mal ans Zölibat gedacht werden, als ein Konstruktionskriterium für Priester. Ist ja trivial, das ist ja unglaublich trivial, aber die gesamte Geschichte ist ohne diesen Begriff durchgeführt worden. Die Kritik ging immer in eine andere Richtung, nämlich aufarbeiten. Nein, aufarbeiten der Konstruktion des Priesters, das ist doch ganz einfach und dass man wirklich versucht, den Punkt zu erwischen, über den man nachdenken muss, ohne etwas anderes abzuspalten. Das ist ja immer, es ist immer, wenn ich eine Bewegung habe, wenn es vorwärts gehen will, dann tue ich es auf Kosten dessen, da bleiben nicht nur dunkle Stellen, sondern indem ich vorwärts gehe, schaffe ich dunkle Stellen, sonst ginge es nicht vorwärts. und irgendwann kommt jemand und sagt, es ging ja gar nicht vorwärts, denn da sind ja die dunklen Stellen. So ist der Verlauf. Aber man muss es doch einmal sich überlegen, worüber schweige ich einfach lauthals, um etwas anderes zu profilieren. Und das, da sollte man drüber nachdenken. Und in diesem Zusammenhang finde ich den Körper unglaublich wichtig. Vielleicht nicht nur, worüber man sozusagen schweigt, sondern wo man noch gar nichts sagen kann, weil der Körper, der Leib ja etwas ist, was sich eben dem Sprachlichen ja zum Teil entzieht. Und das ist ja dann genau der Punkt vielleicht, wo man dann auch solche Theorien wie Judith Butler halt kritisch, oder wo man da auch kritisch ansetzen kann und sagen kann, naja, das, was Butler da macht mit dem Thema der performativen Materialisierung, dass dann genau das, was am Leib, am Körper eben nicht im Sprachlichen aufgeht, das entgeht ihr halt, das entgeht Butler halt. Und das sind halt wichtige Punkte, wenn wir über geschlechtliche Körper, über Begehren, über Trieb und so weiter reden. Und zugleich sind es ja Momente, die einerseits total natürlich auch vergesellschaftet sind, gesellschaftlich vermittelt sind und immer auch Herrschaft bedeuten. Zugleich ist am Leib aber immer auch irgendwas Widerständiges. Der Leib ist ja letztlich irgendwie das Basale, was irgendwo auch Glück und Leid ausmacht und am Leib bleibt irgendwo auch immer ein Moment von Unverfügbarkeit und vielleicht von Momenten, wo auch irgendwo Kritik sich dann auch festsetzen kann und es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, irgendwie so zumindest irgendwie Residuen oder Möglichkeiten von Autonomie zu finden. Nicht im großen Entwurf, sondern vielleicht wirklich in so etwas wie im leiblichen Glück oder so. Ja, der Sommer war ja so heiß und ich bin jeden Tag in Kreuzberg ins Prinzenbad schwimmen gegangen und habe mir Körper angeguckt. Das ist deshalb auch nicht ganz unwichtig, dass ich gesagt habe, ich bin ein katholisches Kind gewesen. Das ist nämlich sehr, 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 sehr streng aufgewachsen. Und jetzt bin ich da oft und abgeschwommen und habe geguckt, habe an die Lascaux-Zeichnungen, die mir Rita Bischof noch mal gezeigt hat, gedacht und habe verglichen, die Lenden der Lascaux-Tiere mit den Lenden der Männer, die da, das ist Kreuzberger Spezialität, am Beckenrand ihre gymnastischen Übungen machen. Und dann habe ich mir angeguckt, die Überfülle unglaublich dicker arabischer Männer, junger Männer und während ich so hin und her schwamm, habe ich gedacht, sie müssen ein arabischer Mann sein. Das hatte ich gerade aus einem Schulzusammenhang, wo ein Mann zur Schulleiterin gesagt hatte, wir reden Sie mit einem arabischen Mann und die Frau sehr selbstbewusst sagte, wie ich mit einem deutschen Mann reden würde. Ja, da habe ich also an diesen arabischen Mann gedacht und habe gedacht, wie geht es ihm mit seinem Körper? Er wird nie seinen Penis sehen. Es sei denn, er guckt im Spiegel. Und da habe ich mich dann so eine Weile damit beschäftigt und nachher habe ich gedacht, ach, wie bin ich eigentlich als Frau aufgewachsen. So anders war das auch nicht. Und so habe ich mich, wie es im Grimmsmärchen heißt, nachdenksam. Die machen, was sind das für Sachen, sagt die Maus, was sind das für Begriffe, die machen mich so nachdenksam. Habe ich mich nachdenksam mit dem Körper beschäftigt und auch ein bisschen gespannert und mich gefreut, dass da etwas auftauchte, was ich nicht gleich mit geübtem analytischen Griff erledigen kann und wegkriegen kann, sondern ich habe es reingeholt erst einmal in meine Wahrnehmung. Und wirklich als ein Kind, was regelmäßig zum Beispiel ging, war da unendlich viel reinzuholen, heute noch. In dem Moment, wo wir das aber alles verarbeiten und sagen, es bietet meinem Verstand gar kein Hindernis, es ist kein Grundsätzlich, es ist keine transzendentale Schranke, dann habe ich es verloren. Es gibt Formen nachzudenken, die ein bisschen vorbehaltlicher sind, vielleicht. Das ist ein Thema, der Körper. Kann ich nochmal kurz eine Nachfrage stellen? Das würde mich sehr interessieren, also wenn man nochmal auf den Materialismus und die Transzendenz, das ist ja ein höchst spannendes Verhältnis, kannst du das, ja, aber kannst du vielleicht noch ein Wort darüber verlieren, was du mit Transzendenz meinst? Das Transzendentale, eine Sache von ihrer Grenze her betrachten. Ich betrachte sie nicht von innen, das ist ja auch wirklich jetzt sehr lustig gewesen, dass man von innen her Feministin sein kann, ist für mich genauso erstaunlich, also wie eine Tatsache, so wie die Tatsache, dass ich geboren bin. Das ist für mich erstaunlich. Oder ich kann eben es immer als ein Gewordensein betrachten. Dann gehe ich auf dem Mäuerchen außen rum und gucke mal nach innen und dann gucke ich mal nach außen. Und in dem Falle jetzt bei der Argumentation ist außen eben der alte Materialismus, sagen wir mal, insofern es in einem linken Kontext abgehandelt wird, werden ja auch andere Kontexte denkbar. Und wenn ich nach innen gucke, dann ist es der Feminismus. Und das habe ich, ich habe eigentlich nur Freud gelernt, und im ganzen Freud gibt es nicht einen positiven Begriff, es gibt nur negative Begriffe. Dass ich gucke, wo ist die Grenze eines Begriffs, wie ist er geworden und dann wird nie mehr, es wird daraus nie mehr in dem Sinne ein positiver Begriff. Aber ich kann natürlich immer, bis ich tot bin, darüber nachdenken. Aber es ist nie etwas, das kann, wo der götische Satz gilt, da kann man getrost nach Hause tragen. Das gibt es nicht. Das will ich auch nicht mehr. Einmal katholisch gewesen und nie mehr was anderes geworden. Aber bis auf den Tod drüber nachdenken, ist ja auch, wäre jetzt so ein bisschen, also ich muss es halt wieder aus meiner feministischen Perspektive argumentieren, wäre ja ein bisschen traurig, also weil es ja eben gesellschaftlichen Handlungsbedarf gibt. Also für mich ist das halt in den letzten Jahren halt immer wichtiger geworden zu gucken, ja verflucht, was kann man denn halt machen? Also wie kann ich eine feministische Theorie formulieren, die halt eben zum einen diesen notwendigen Abstand von der Welt hat, diese Grenzgänge, eine bestimmte Art von Autonomie, die für mich eben auch wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Theorie machen bedeutet und zum anderen aber ja genau das praktisch werden beinhaltet, weil ich ja also als Feministin diesen politischen Anspruch habe, dass ich denke, das ist ja scheiße mit dem Geschlechterverhältnis und ich würde das durchaus als eine Selbsterfahrungskategorie auch sehen, also weil es war ja für mich scheiße und ich sehe auch, dass es für alle anderen scheiße ist und dann versuche ich das auf den Begriff zu bringen, was eben dieses Frau werden oder Frau sein bedeutet und vielleicht in einer in Analogiebildung, was Männlichkeit bedeuten könnte, die ich ja quasi als Äußeres erfahre, aber eben auch als Inneres Begehren, eben dieses Autonom unabhängig frei zu sein, also frei über die Welt nachzudenken. Also wie komme ich denn von dem einen zum anderen? Das wäre ja gerade aus einer mentalistischen Perspektive das ungeheuer Unbefriedigende zu sagen, ich will Theorie machen und irgendwann sterbe ich über den Betrachtungen, die ich mache. Was du geschildert hast, ist doch Praxis. Das ist doch Praxis, auch wenn man dabei nachdenkt bei der Praxis, ist es doch Praxis. Und Theorie ist ungefähr da, wo der Kant über die reinen Vernunftideen reden, da ist Theorie. Die tut doch der Praxis gar nichts. Die sagt doch gar nicht, du sollst dich nicht engagieren oder so. Aber ich denke, es gibt schon Ebenen der Theorie, also jetzt der praktische Verstand, das ist doch bloß, da reden wir eben über Verschiedenes. Und ich habe deshalb ein bisschen polemisch damit aufgehört, dass ich sage, ich mag nicht die Inanspruchnahme der Theorie, den Übergriff auf die Theorie durch die Praxis. Wie umgekehrt, ich auch nicht will, dass die Theorie auf die Praxis übergreift. Ich will, da ein bisschen Ordnung ist im Kopf. Und dann kann man doch sagen, das eine Leben, das ich habe, verbringe ich so und so. Ich sage ja auch nicht, 30 Jahre Schuldienst war jetzt alles für den Arsch. Das habe ich nur getan, um Geld zu verdienen. Ist doch nicht wahr. Das war doch Leben. Das war doch konkretes Leben. Aber Nachdenken, ich habe auch nie groß über die Schule nachgedacht, Nachdenken im strengen theoretischen Sinne ist etwas anderes. Und ich mag diese Übergriffe dieser beiden Bereiche aufeinander nicht. Und da denke ich, die führen auch zu Verdruss, weil man ständig Aporin produziert, die man sich eigentlich prima sparen könnte. Man bekennt sich einfach zu dem, was man macht, dann ist gut. Aber die Rückanbindung, ich glaube, die ist nicht nötig und sie führt auch in Widersprüche, die den Ruf, den Ruhm der Vernunft nicht vermehren, nicht vergrößern. Ja, ja, also das, was du mit dem Vertrost über die Übergriffigkeit meinst, das verstehe ich, glaube ich ganz gut. Gut, mir fällt da jetzt auch nochmal ein Anekdötchen ein, das war aus einer Beschreibung einer sozialistischen Jugend, in der die Protagonistin halt ins Ferienlager fuhr und halt da so mittelglücklich war und abends in ihrem Bett lag und Tagebuch geschrieben hat und dann kam da die Gruppenleiterin hat irgendwann gesagt, wir kassieren dein Tagebuch jetzt ein, damit wir da irgendwie was draus machen können, weil du hast ja immer aufgeschrieben, was passiert ist. Und dann können wir da so eine Wandzeitung basteln, weil du hast das ja dokumentiert und sie halt damit zu tun hatte, ihre Negation zu formulieren, warum sie es einfach blöd fand, also halt nicht nur, weil da drin stand, dass sie, was weiß ich, in Thorsten vom Nebenzimmer verliebt war, sondern dass es ihr eigenstes war und eben nicht dieser Art von Praxis dienen sollte. Und diese Übergriffigkeit meine ich auch nicht, sondern halt den Anspruch, halt das, was Theorie ist oder halt ja auch eine Praxis des Theoriemachens mit einer praktischeren Praxis noch zu vermitteln. Also, oder für mich ist halt Theoriemachen halt so ein, eben auch so ein zur Welt kommen, also mich ins Verhältnis setzen zu den, zu den politischen Verhältnissen, zu den, zu der Gesellschaft, wie sie ist, also sie, sie zu verstehen und halt als kritischer Mensch in ihr Leben zu können, mich in Verhältnis zu setzen zu den anderen Leuten, die zufälligerweise auch Frauen sind und halt nicht nur in theoretisches, sondern durchaus auch in ein libidinöses Verhältnis oder in Verstehen, was da passiert und in einer anderen Ebene von Literatur, aber dass ja Theorie irgendeine Art von mit anderen Menschen sein bedeutet, irgendwie drauf einwirken auf das, was passiert, Stellung beziehen zur Welt und darin eben auch mich streitbar oder verletzlich zu machen damit und halt nicht nur so etwas, was halt nur für mich ist, sondern also eben kein Tagebuch schreiben quasi, sondern irgendwas machen, was eben sagt, ich bin da und ich will objektiv sein und wenn ihr das nicht falsch findet, dann müsst ihr euch halt mit mir streiten und aber über diesen, über diese theoretische Auseinandersetzung kann das hoffentlich oder im günstigen Falle passieren, dass man sich halt in ein gutes Verhältnis setzen kann zu dem, was halt realpolitisch passiert, also sei es eben zu dem, also ganz banal, welche Partei würde ich wählen, um das Schlimmste zu verhindern oder sowas oder würde ich halt eine Petition für das Kopftuchverbot für minderjährige Mädchen unterschreiben oder mache ich das tunlicherweise nicht, also ich finde, dazu muss eine feministische Theorie auch irgendwie taugen, dass ich sie halt als Handwerkszeug nutzen kann, um irgendwie dazu ein Verhältnis zu gewinnen. Wenn man eure beiden Texte liest, beziehungsweise heute Morgen vielleicht bei Radio Kovacs reingehört hat, bei dir, Koschka, gibt es ja ganz stark das Konzept der Schwesternschaft, was du vertreten hast, wo du gesagt hast, sozusagen dieser Begriff solidarischer Schwesternschaft, egal sozusagen wie gemacht und egal mit wie viel Leidenserfahrung diese weibliche Subjektivität ist, man kann sozusagen dieses Konzept Frau dann nutzen in diesem Konzept der Schwesternschaft, um quasi praktische Eingriffe zu machen. Und Ilse hingegen hat heute Morgen auf Radio Kovacs das so formuliert, ihr Programm ist, die weibliche Subjektivität genauso ideologiekritisch zu betrachten und zurückzuführen auf die Bedingungen, unter denen sie entstanden sind, wie die männliche. Das schreibst du ja auch in deinem Text, der jetzt schon so wesentlich älter ist. Aber da wäre ja sozusagen die Frage, ist da sozusagen oder geht das überhaupt zusammen? Also wenn du sagst, sozusagen musst du es nehmen, wie man es real vorfindet, um daraus sozusagen ein praktisches Konzept auch zu machen in so einem, wie auch immer, politischen Kampf, stört da nicht so eine Ideologiekritik, wie sie Ilse betreiben möchte oder wie sie sie formuliert hat, programmatisch, das vielleicht als Frage an euch beiden und vielleicht kannst du ja zuerst dazu was sagen. Nein, um Himmels Willen, sie stört überhaupt nicht, sie ist total nötig. Also ich habe dieses Konzept der Schwesternschaft gerne diskutieren wollen, weil das ja so ein wesentlicher Terminus der zweiten Frauenbewegung war. Also und dass das halt plötzlich möglich geworden ist, seltsamer und auch wunderbarerweise in einem patriarchalen Gesellschaftszustand, dass Frauen auch auf diese Weise geschafft haben, sich aufeinander zu beziehen halt in dieser Schwesterlichkeit und sich halt als gleiche, als sehnsüchtige, als kritische Menschen wahrzunehmen und dass da halt Potenziale von Subjektivität freigelegt wurden, die es halt vorher in Beziehungen zwischen Frauen oder in Beziehungen zwischen Frauen und Männern, dass die kaum möglich waren, das sei das halt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen und Männern. Ich glaube auch nicht in Mutter-Tochter-Beziehungen oder in Freundinnen-Beziehungen, dass da halt, ich denke, dass da wirklich dieses historische Moment der zweiten Frauenbewegung reingekommen ist, dass das möglich gemacht hat. Aber ich würde es ja, denke auch, dass es nützlich ist, sich daran zu erinnern, dass das stattgefunden hat, aber dass es ja gleichermaßen auch kritisiert werden muss. Also was ich ja in dem Artikel eigentlich auch gemacht habe, so dieses, dass so Schwesterlichkeit ja auch, also dass die einen ungeheuren Druck erzeugt hat. Also so ein, und dass sie eben zum Beispiel keine Hierarchieunterschiede verträgt. Also es ist in Feministinnen und überhaupt Frauen, glaube ich, aufgrund der weiblichen Sozialisation immer unglaublich schwer gefallen ist, so Autorität und Hierarchie zu ertragen oder und die nicht als was gänzlich Unweibliches oder Schlechtes abzulehnen. Und ich würde mich auf den, also ich beziehe mich auf den Begriff der Schwesterlichkeit auch nicht so, dass ich den jetzt verwende oder, also ich rede meistens von Genossenen, das finde ich angemessener. Also ich denke, also ich komme dahin nicht zurück und also die Frauen, mit denen ich feministisch zusammenarbeite, auch nicht so richtig. Also was man jetzt an so ganz banalen Sachen ausführen könnte, wie, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen mit meinen Genossenen, eine Spekulum-Gruppe zu gründen. Das wäre einfach keine Form der politischen Auseinandersetzung, die ich suchen würde oder das wäre, das würde meine, meine Körpergrenze oder mein feministisches Bedürfnis nicht treffen, obwohl ich es auch schade finde, dass das nicht passiert. Also das ist ja gerade so dieses, sich wirklich auf den eigenen weiblichen Körper einzulassen, das möglichst, und das vielleicht noch auch in, auch in, auch in Gesellschaft anderer Frauen, dass das noch immer kein Punkt ist, der irgendwie geklärt wäre oder der historisch überholt wäre, das glaube ich überhaupt nicht und trotzdem hätte ich keine Lust drauf. Genau darum bin ich da eher bei dem Genossenenbegriff, weil der halt ein bisschen, ein bisschen weiter ist oder mehr halt so diese politische Solidarität ins Auge fasst und ich ja trotzdem großen Wert darauf lege, halt auch diese libidinöse Komponente zu betonen. Also weil ich, und das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen uns, so davon ausgehe, wenn ich Feministin bin, dann geht es mir um mein eigenes Frausein, aber ich will auch was von anderen Frauen. Also ich will wissen, was andere Frauen denken, ich will wissen, was andere Frauen, ob sie bestimmte Sachen genauso sehen wie ich, ich will auch eine bestimmte Art von Nähe und Zuneigung und Solidarität und Bezugnahme, die nicht so einfach möglich ist in der Welt, wie sie halt ist. Also ich denke, dass Frauenbeziehungen nach wie vor sehr geprägt sind durch Konkurrenz, durch die Hierarchisierung zugunsten von den Beziehungen zu Männern, weil die ja total statuskonstituierend sind, also mit welchem Mann und auf welche Weise ich da zusammen bin und genau, das ist mir der Aspekt des Libidinösen durchaus wichtig, der in diesem Begriff der Schwesterlichkeit so stark ist, aber ich verwende den nicht für mich selber oder meine politische Praxis. Schwesterlichkeit müsste sich ja auch ein bisschen messen an der Brüderlichkeit. Angefangen von Freud, Totem und Tabu, die Brüderhorde, die den Papa umbringt und sich dann die Hände reicht und sich so richtig als Brüder fühlt, das ist ein Kriterium, das ist ein richtiges Ding. Das andere bei der Brüderlichkeit, ein Begriff, der ja sehr in Anspruch genommen ist, das habe ich auch wieder von Caroline Alexander im Ersten Weltkrieg, die Nähe, die man empfindet, wenn man im Graben zusammensitzt, das ist eine erheblich größere Nähe als die, wenn man mit seiner Frau im Bett liegt und da werden Ideale mobilisiert, die in Ausnahmesituationen gehören und zu einem hoffentlich friedlicheren Leben überhaupt nicht passen und dort auch gar nicht realisiert werden können. Brüderlichkeit zehrt von Sexverbot, ist nämlich genau das, wo man nicht den Vergleich machen muss und wo man sich nicht bewähren muss, wo also eine erleichterte Bedingung, eine unglaublich erleichterte Lebensbedingung regiert, wo ich es mir gut sein lassen kann und so ein, wenn ich jetzt einen Begriff wie Schwesterlichkeit bilde und den jubel ich dir jetzt gar überhaupt nicht unter, das war bloß das, was mir eingefallen ist, ich habe eine Schwester, meine Mutter hatte eine Schwester, ihre Oma, ihre Mutter wohnte mit ihrer Schwester bei uns, wir hatten also in drei Generationen dreimal zwei Schwestern unter einem Dach, ich stehe dem Modell Schwesterlichkeit nicht so unbefangen gegenüber, auch nicht als politische Kategorie, ich muss mich schwer am Riemen reißen, um da meine Unbefangenheit wieder herzustellen, man muss nachdenken, man muss versuchen, den Begriffen einen Kontext zu verschaffen, mal zu gucken, in welchen Kontext gehören sie, wovon zehren sie, zehren sie vielleicht von unsauberen Quellen, die ich gar nicht haben will, will ich mich nicht an einem Begriff messen, der zum Ersten Weltkrieg gehört, vielleicht will ich das ja gar nicht und eigentlich ist es trotzdem so schön, damit die Begriffe einen Halt kriegen und nicht nur so quasi, ja so etwas falsche Leuchtkäfer sind, denen ich nachstiefle und es ist gar nicht das, was ich wirklich will. Dann dazu direkt eine Nachfrage, und zwar Sie hatten in Ihrem Input-Referat gesprochen, einmal von Reimplantierung von Begriffen und einmal von Rehabilitierung von Widersprüchen, das hatte ich ein wenig so verstanden, dass die Reimplantierung eine Attestierung an den heutigen Feminismus sei und die Rehabilitierung von Widersprüchen, Ihre Herangehensweise, vielleicht auch das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge. Ich habe eine Frage an Ilse, weil mir eine Ausführung von dir nicht ganz klar geworden ist, und zwar hast du auf eine Frage von Koschka geantwortet, dass für dich das Denken oder Formulieren, Schreiben als Frau sein, eher zum Beispiel in den Romanen oder Gedichtenausdruck gefunden hat, aber das Denken an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, losgelöst davon stattfindet, also dass du, wenn du denkst, nicht als Frau denkst, sondern frei denkst und das vielleicht auch an eine Sehnsucht des männlichen, neutralen Denkens angekoppelt ist. Und für mich stellt sich die Frage, woran machst du fest, dass es da einen Unterschied gibt? Also woran macht sich das für dich nicht als Frau denken fest oder wie denkst du, kann es das überhaupt geben in einer Welt, in der wir ja sozialisiert sind, in einer Geschlechtlichkeit? Das soll ja kein Freiheitsmoment sein, sondern ist die determinante Frau. Die ist in meinem Kopf, wenn ich denke, nicht verankert. Was mir den Verdacht geweckt hat, dass es vielleicht insgesamt eine männliche Form ist zu denken. Dass ich literarisch die Frau über die Frau schreibe, das ist völlig unfreiwillig. Da entdecke ich, dass es etwas gibt, dem möchte ich mal aufs Papier verhelfen. Und das tue ich dann in einer literarischen Form. Aber es ist jetzt nicht, das geht jetzt nicht mehr mit einer Behauptung einher, dass Denken geschlechtsfrei wäre oder irgendwas. Ich stelle das fest. Kann ja sein, wenn ich jetzt ewig Zeit hätte, mich zu entwickeln, dass ich dann ein weibliches Ich ins Denken, das ist für mich außerordentlich hypothetisch, weil ich gewohnt bin, das ein wenig als Abstrich zu betrachten. So mit einem nur zu versehen. Das ist eine Altersfrage. Die betrifft die Zeit, in der ich angefangen habe, denken zu lernen. Und dass ich dieses nur partout nicht haben wollte. Es gibt andere Konstruktionen, da hat es vielleicht gar nicht diese nur vom, die Maggie Nelson, kann ich Ihnen nur empfehlen. Da fehlt, das ist radikal feministisch oder queer, würde man sagen. Und es fehlt nichts, es fehlt kein Mann, es fehlt überhaupt nichts. Die Frau ist total in ihrem Denken, aber es ist absolut feministisch. Bin ich absolut imstande, das zu sehen und das toll zu finden. Du machst den letzten Abschluss. Ich wollte bloß noch sagen, manches ist nachher eine Nomenklaturfrage, was du Theorie nennst, was ich anders nennen würde. Einfach eine Frage der Benennung. So wie ich manches vielleicht, was du materialistisch nennst, nicht so benennen würde, aber die Sachverhalt, den du schilderst, der ist ja deshalb doch trotzdem da. Aber wenn du sagst, du willst eine nicht ohne Theorie Praxis machen und das ausführst, dann könnte ich dir wahrscheinlich an vielen Stellen ein anderes Wort anbieten als Theorie. Theorie ist sehr stark besetzt als die Selbstreflexion der Theorie, die über sich selbst nachdenkt, um sich auseinanderzunehmen. Und da hast du einfach einen anderen, da käme ein etwas praktischerer Begriff hin, denke ich mal, um die Missverständnisse auszuräumen. Ja, wahrscheinlich würde ich das als Metatheorie beschreiben, was du gerade beschrieben hast. Ich würde, ich finde die Frage auch sehr interessant, die du gerade gestellt hast und würde da gerne nochmal nachfragen, du hast es gerade genannt, also das waren die Bedingungen des Denkens, die du gelernt hast, als du angefangen hast zu denken, also die Art, wie du denkst. Also hängt das damit zusammen, dass das ja schon vor einer ganzen Weile passiert ist, als das wahrscheinlich auch noch von einer weiblichen Studentin vielleicht auf andere Weise verlangt wurde oder als es halt diese ganzen, zum Beispiel die feministischen Diskurse nicht an der Uni gab oder so und dass es halt da klar war, dass du genauso denken müsstest, wie halt deine männlichen Kommilitonen, dass da noch gar nicht die Rede war von einer Geschlechtsspezifik, sowohl in der Denken oder in ihren Voraussetzungen zu denken, wie auch in der Thematik, dass das dieser Zeit auch verhaftet ist. Ja, na absolut, aber das müssen wir ein ganz anderes und das würde ich auch gerne nochmal, da würde ich gerne zurückgehen, das müssen wir mit den Nazi-Eltern fertig zu werden, nicht so zu denken, wie der glorifizierte Papa gedacht hat, die Frauen, die spielten gar keine Rolle, die Freiheit war ganz woanders, die Freiheit war nicht Nazi zu, das nicht zu verlängern und es dann auch noch zu erkennen, nachhaltig zu erkennen, auch da kommt natürlich ein gewisses Ressentiment von mir rein, bei heutigen Debatten, weil ich denke, wo ist denn der Gesichtspunkt, vielleicht gibt es ja, sagt ja jeder scheiß Liberale, nicht wahr, wo gibt es denn, vielleicht gibt es ja doch noch was Wichtigeres zu bereden als das, was die Feministinnen ununterbrochen beraten, das ist ja natürlich ein blöder Satz, aber trotzdem steckt doch bei mir was drin, dass ich sage, die Prioritäten, das Denken müssen, spielte sich an einer ganz anderen Front ab und das ist eben pure Geschichte, nicht wahr, also das ist wirklich die historische Differenz. Aber dann würde ich doch gerne wissen, was in diesen 35 Jahren, die zwischen Ihnen beiden liegt, sich verändert hat, dass nun auch das Verständnis der Frau als Frau heute mehr eine Rolle spielt als zu ihrer Zeit. Die Nazi-Zeit ist entsorgt worden, um es mal unfreundlich zu sagen. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die Sie verändert haben. Aber eine Sache ist, die Nazi-Zeit ist, so ist es mit der Geschichte. Die ist nicht mehr im Fokus. Jetzt kommt es ja in anderer Form wieder und man wird sich damit beschäftigen und die Feministinnen werden genauso wie alle anderen Linken sich damit beschäftigen und sehen, was aus dem, womit sie sich gerne beschäftigen möchten unter dem Druck der Entwicklung passiert. Aber das ist, das war ja damals ein binäres System, so wie früher Leute dachten, Frau und Mann wäre ein binäres System, so war das, Nazi, nicht Nazi, war ein binäres System. Und das hat ja ganz stark den Diskurs bestimmt und das Denken bestimmt und das, so wie es real, historisch, in kürzester Zeit keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist ja historisch aufgearbeitet, dass das, dass das, dass Hitlerreich durchaus nicht in den anderen Ländern die Bedeutung behalten hat, als etwas, was man absolut nicht will, sondern da ist die Geschichte genauso darüber hinweggegangen und die Sache ist verwertet worden. Aber das ist ja für das Denken, was sich selber irgendwo verortet, damals zentral gewesen und eine Kategorie wie Frau wäre eine Unterkategorie gewesen. Dass wir jetzt einen Haufen Kategorien haben, die eben horizontal sind und da ist natürlich der Strukturalismus hineingewandert und da spielt sich etwas wieder vom Verlust dieses einfachen binären Systems Nazi oder Nicht-Nazi. Und da gibt es ja massenhaft Gelegenheit nachzudenken, wie wir heute geordnet sind, also was der Begriff der Ordnung, wie wir uns anordnen. Das sind ganz, ganz formale Überlegungen, wo man mal gucken kann, ach ja, hier die Ilse, die hat sich ganz anders, da ist die Ordnung im Kopf ganz anders und das ist ja für die Erziehung des Kopfes unheimlich gut, wenn man sich mit den Kategorien beschäftigt. Wenn ich recht zugehört habe, recht verstanden habe, lag deine Argumentation zugrunde, immer eine Art Voraussetzung, nämlich die gesellschaftlichen Verhältnisse als Einheit, als Totalität und da wollte ich fragen, worauf du dich da beziehst. Also du meintest irgendwie auf Marx, du hattest Rosbiter-Scholt erwähnt und meine Frage ist, ob da nicht ein gewisses Problem entsteht, weil da doch so ein gewisses nahtloses Anschließen an das, was Marx und was meines Erachtens auch die Wertkritiker innen tun, sich vollzieht. Also dass man sich da nicht mehr die Frage stellt, leben wir eigentlich überhaupt noch im Liberalismus, also augenscheinlich nicht in dem, in dem Marx noch gelebt hat. Genau. Also auf wen referierst du da oder wie denkst du dir das? Also ich habe den Begriff von Roswitha Scholz, die damit beschreiben will, dass das gesellschaftliche Ganze halt zum einen der Kapitalismus mit all den Kategorien ist, die er eben so bringt, also der abstrakten Arbeit, dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital und dem Zwang, sich selber zu verwerten und auf der anderen Seite aber eben so dieser weiblich konnotierten Sphäre, also der Produktionssphäre und sie, das finde ich sehr interessant daran, betont halt die Gleichursprünglichkeit beider Sphären, also sagt, das Ganze wird halt nur gemeinsam wirksam und das eine ist und das andere gar nicht denkbar. Es ist nicht nur irgendwie die Typen müssen alle arbeiten gehen, dann müssen die Frauen die Hausarbeit machen, sondern also die männliche und die weibliche Sphäre haben sich quasi zusammen konstituiert als die Totalität der bürgerlich kapitalistischen patriarchalen Gesellschaft und ich weiß nicht, ob ich da, ich bin auch gerade, ich denke sehr, sehr viel darüber nach, vor allem aufgrund meines Drängens nach, Mensch, man muss doch praktisch werden, das sehr kollidiert mit meiner alten Liebe zur Wertabspaltungstheorie, inwiefern ich darauf noch bauen möchte, aber die große Stärke darin liegt eben das unbedingte Bedürfnis daran, die einzelnen Phänomene, die sich in dieser Gesellschaft auftun und die gesellschaftlichen Verhältnisse miteinander zu vermitteln, also dass das eben möglich sein muss, also nicht, also Roswitha Scholz hat dafür Formulierungen wie, sie will auf keinen Fall ein Ableitungsverhältnis statuieren, halt zu sagen, es gibt halt das binäre Geschlechterverhältnis und darum ist das so und so und darum müssen, sind die meisten Angestellten im Pflegesektor halt Frauen, sondern man muss sich die Tatsache angucken, dass im Pflegesektor die meisten Angestellten Frauen sind und ich gehe davon aus, dass wir halt in einem binären Zweigeschlechterverhältnis leben, wie passt das halt zueinander, also wo kommt das zusammen, warum oder das wäre jetzt halt, das kommt es nicht von ihr, das würde ich sagen, wie kommt es, welche Entscheidung, welche gesellschaftliche Praxis bringt halt so viele Frauen dazu, diesen Beruf zu wählen, also was spielt da alles für eine Rolle in ihrer Sozialisation, in ihren Entscheidungsmöglichkeiten, in anderen Faktoren, die ja jetzt nicht nur Geschlecht sind, sondern zum Beispiel auch die Tatsache sein kann, dass da sehr viele Migrantinnen in dem Sektor tätig werden und das halt alles eben in den Zusammenhang miteinander zu setzen und also wie sie dann auch aus Vita dann ruft, dass es halt vor allem immer dialektisch vermittelt gedacht werden muss, die beiden Sphären, also dialektisch zu denken und also eben vermittelt zu denken, das ist so das Wichtigste, denke ich, am Beharren auf einer Totalität zu sagen, es gibt einen gesellschaftlichen Zusammenhang oder ein gesellschaftliches Ganzes und das möchte ich gerne im Blick behalten und das kann ich nicht in jeder, in jeden Text, in jeder Minute auf den Punkt bringen, aber ich muss immer darauf verweisen, was dieser Gesamt Zusammenhang gibt und ich muss immer den Anspruch an mein Denken haben, die Sachen, die ich gerade betrachte, damit zu vermitteln, so ohne das halt als eine Chiffre fallen zu lassen, es geht um eine Totalität, wissen wir alle und dann weiter, sondern das muss halt Teil des Denkens sein, zu sagen, es gibt, ich gehe von der Totalität aus und das heißt, ich muss da ziemlich viel beachten, wenn ich theoretisiere auf sehr verschiedenen Ebenen. Nicht nur vermittelt über die Wahnform, sondern eben auch über das andere, also gerade die Tätigkeiten, die sich dem Verwertungszusammenhang entziehen, also Fricka Hauck hat dafür so gemein, hat dafür so einen ganz schönen Ausdruck gefunden, dass es den und den die Logik der Zeiteinsparung gibt und der Rationalisierung, die den Bereich der abstrakten Arbeit und der Verwertung auszeichnet, aber die Logik der Zeitverausgabung, die man dann im weiblich konnotierten reproduktiven Bereich findet. Also wenn ich halt einen Krankenpflege oder ein Kind betreue, geht es nicht darum, Zeit einzusparen, das kann man da halt total schlecht machen und wenn man es doch macht, was im Pflegesekt natürlich versucht wird, stößt das an sehr enge Grenzen und führt dazu, dass die Tätigkeit halt am Ende nicht mehr aufgeht, weil dann ist die gepflegte Person halt, was weiß ich, sehr unzufrieden oder das trägt halt dann zu ihrer Krankheit bei, weil es halt die Menschen sind, mit denen man umgeht. Also gerade beides zusammen zu betrachten, die Produktionslogik und das Vorgehen der Reproduktion, was sich gewissermaßen einer Logik entzieht und was schwer zu beschreiben ist, sie spricht da auch von der Schattenseite des Werts, also eine Art von innerer Dynamik der Dinge, die halt nicht rational logisch erklärbar ist, das irgendwie ins Auge zu fassen, aber letztendlich hängt es dann eben zusammen und kann nur existieren, weil andere Dinge sehr logisch funktionieren und beides fernsetzen und bedingen einander. Du hast in deinem Anfangsteil gesagt, dass das Subjekt Frau als Schnittstelle fungieren soll, an dem alle Fragen verhandelt werden müssen und ich frage mich dazu, also generell ist es eine Frage an materialistischen Feminismus, wofür dient an dieser Stelle die Einschränkung auf das Subjekt Frau, warum nicht zum Beispiel, also wofür diese begriffliche Abgrenzung, warum nicht zum Beispiel das Subjekt, die vom Patriarchat unterdrückten oder die FLTIs, wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, um 35 Jahre Queerfeminismus irgendwie mit einzubringen oder mit reinzudenken und ich verstehe das, wir werden in einem binären System auf großgezogen und werden zu Frauen und zu Männern gemacht, trotzdem finde ich, oder finde ich bedenkenswert zumindest, ob es nicht an dieser Stelle eine Möglichkeit wäre, das irgendwie zu subsumieren und das mitzudenken. Ich glaube gerade dieses Mitdenken ist halt so eine schwierige Sache, weil das ja, also gerade nicht diesen Vermittlungsanspruch hat, also was ich mit dem politischen Subjekt Frau meine, ist oder betonen möchte, ist ja also eben dieses, was du ja gerade genannt hast, das aufgewachsen sein oder das verhaftet sein in einem binären System und Feminismus, denke ich, ist halt eine politische Bewegung, die sich halt dem Geschlechterverhältnis widmet und die halt von, die halt aus der Perspektive der Benachteiligten und Leidenden erfolgt und das ist im Patriarchat halt strukturell erstmal die Frau und ich glaube, die 25 Jahre Queerfeminismus kommen für mich an der Stelle rein in der Erkenntnis, dass halt eine weibliche Sozialisation oder ein weiblich zugeteiltes Subjektstatus halt nicht in jedem Fall halt eine Frau hervorbringt. Also es ist ja eben eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten tatsächlich gibt, das ist ja einfach der Fall und dass ich das schon ziemlich spannend finde, warum da so viel Wert drauf gelegt wird oder warum das für viele Leute so ungeheuer wichtig ist, da eine andere Geschlechtsidentität halt außerhalb der binären Ordnung für sich zu statuieren und ich würde halt sagen, dass es identitätspolitisch also wichtig ist, das erstmal anzuerkennen, dass es so ist und dass es ja auch für zum Beispiel für Transleute, was total wichtig ist, dass das eben auch anerkannt wird, dass sie eben die sind, die sie sind, dass es halt eine gesellschaftliche Resonanz erfährt und dass da eben halt nicht zuletzt, weil eben sehr viele Diskriminierungen damit verbunden sind. Und ich glaube aber, dass es nötig wäre und das ist halt was, was Queer-Feminismus nicht macht, diese nicht-binären oder, ja diese nicht-binären Geschlechtsidentitäten oder halt die, die halt nicht Mann oder Frau sind, dass man die halt materialistisch auch wiederum verorten muss, also dass man die in Position bringen muss zu dem binären Geschlechterverhältnis, aber dass halt keine Identität und keine Sexualität halt am binären, patriarchalen Geschlechterverhältnis vorbeikommt. Und ich meine mit dem Subjekt Frau nicht, dass alle Feministen sich als Frauen identifizieren müssen und da halt so einen wahnsinnig positiven Bezug auf das Frausein haben müssen. Also das teile ich durchaus auch mit dir. Sondern, dass sie sich aber eben dazu ins Verhältnis setzen müssen, dass wir halt in der Zweigeschlechterordnung leben. Also dass man, dass es genau diese Verhältnisse sind, an denen wir uns abarbeiten müssen, dass es halt nicht funktioniert. Also dieses Weiblichkeit und Frausein halt zu sagen, wir versuchen die aus dem Diskurs irgendwie rauszubekommen, weil Leute sich verletzt fühlen. Wir versuchen diese Analysekategorie zu ersetzen, weil bestimmte Leute da nicht mitgedacht werden. Also ich glaube, man muss diese Analysekategorie verwenden, solange es halt Patriarchat gibt, um das Patriarchat zu kritisieren und halt aber muss das dann vermitteln mit der Geschlechtervielfalt. Und das muss aber mit einer bestimmten, das muss dann halt spezifisch erfolgen. Also ich glaube, dass man halt viel wieder rauskippt von der feministischen Analyse, wenn man jetzt überall Frau streicht und FLTI hinschreibt. Also man muss halt wirklich sich angucken, was ist denn die Situation von Lesben im Patriarchat? Also was unterscheidet sie in ihrem Frausein nochmal von der Situation heterosexueller Frauen? Also was macht das mit einer Situation als Frau, wenn ich mich nicht erotisch auf Männer beziehe? Und bei der Situation von Transfrauen etwa, wo man sich angucken könnte, was bedingt oder was macht die gesellschaftliche Situation einer Transfrauen aus, deren Frausein sich eben nicht aus einer Biologie oder aus einer weiblichen Sozialisation konstituiert, das aber trotzdem irgendwie da ist. Also wie gehen wir damit um? Wie kann das feministisch behandelt werden und die ja auch eine andere Diskriminierungsrealität zum Beispiel hat als eine Cis-Frau? Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich diese Verhältnisse jeweils anzugucken. Das war mir auch recht wichtig, das in dem Buch mit aufzunehmen, also um das halt noch immer so ein bisschen anzuschauen, was da genau passiert. Und gleichzeitig würde ich aber auch immer so ein bisschen dieses Misstrauen hochhalten, also diese unglaubliche Abneigung gegen diese Begriffe Frau und Weiblichkeit und bei Lesbischsein hat man die ja auch zum Teil. Und da halt zu gucken, warum ist das so? Also was ist da die Last oder die Bedrückung, die halt eben viele Feministen dazu bringt, zu sagen, es ist für mich ein befreiender Akt, zu sagen, ich bin keine Frau oder mein Pronom ist nicht sie, sondern er oder irgendwas anderes, um da halt so eine bestimmte Freiheit reinzubringen. Also was ist da das Bedürfnis dahinter? Wie kann das sein, dass Frau sein halt so als so unpassend für sich selber empfunden wird, dass halt dieser Weg gewählt wird, der zum Teil halt immer auch dann ein Ausweichen mit der Auseinandersetzung ist, was ist, also warum ist das Frau sein halt so kränkend? Oder was sind die Sachen, die mir als Denkende, als kritische Person widersprechen, die ich im Widerspruch zu meinem Ich empfinde und die weiblich konnotiert sind? Warum passt es nicht zusammen? Warum tun sich da diese Widersprüche auf? Und ich meine also überhaupt nicht, um die Identität von zum Beispiel Transfrauen anzugreifen, aber da tut sich ein bestimmter Widerspruch auf, den ich auch theoretisch nicht ausbügeln kann, sondern der einfach da ist, dass das halt auch passieren muss, da eine Arbeit zu leisten, dieser Widerwillen oder die Abwehr von Weiblichkeit im Patriarchat, dass man die immer auf dem Schirm behalten muss und weil die halt selbst einfach ein misogynes Element ist, dass man halt gegen sich selbst und gegen andere Frauen richtet.